Musik 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 Das ist nicht Ja Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber davon kriegt ihr nichts mit. Außer vielleicht in der Webcam. Verdammt. Was vergessen, Leute. Hast du doch ich hab was vergessen. Ne? Gleich zurück. Ich hab ein Küchentuch vergessen. Das kann ich nicht gläsen. Hm. Ich hab ein Küchentuch. Ich hab ein Küchentuch. Ich hab ein Küchentuch. Ich hab ein Küchentuch. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, Küchentuch, ganz wichtig beim Blazen. Alles klar, so und heute will ich wieder zeigen, was ich alles benutze für die Dinge, die ich tue, gleich am Anfang, und zwar habe ich hier immer zwei Becher vor mir stehen mit Wasser, ha, teuer, ne, das teuerste von allen, dann benutze ich Raphael Pinsel, ja, die finde ich sehr, sehr gut, die haben ein sehr, sehr schönes Reservoir an, also einen sehr, sehr schönen Bauch, der sehr, sehr viel Farbe halten kann, die Spitze ist enorm gut, deswegen mag ich die so gerne. Du hast trotzdem vielen Bauch, die das Ganze hat, die der Pinsel hat, hast du trotzdem noch so eine geile Spitze, dass du richtig gut arbeiten kannst damit. Wie gesagt, ich schwöre auf Raphael, ich würde nichts, für nichts Werbung machen, und in dem Fall ist es ja auch keine richtige Werbung, was ich nicht auch selbst wirklich benutzen würde, ich bekomme dafür ja nichts. Das wäre natürlich geil, irgendwann mal für Raphael Werbung machen zu dürfen, weil ich diese Pinsel mittlerweile liebe. benutze Raphael Pinsel, genauso wie Rulof Pinsel, ja, oder Rulof, oder was weiß ich, Wodka, Ich habe, ups, ein Euro Da Vinci Pinsel, wofür? Für Metallics und für Alkohol-basierte Farben, da brauche ich bloß einen Synthetik Pinsel, der einigermaßen zum Wegschmeißen ist, Schimpfwort darf ich hier wieder nicht aussprechen, Ich benutze eine Nasspalette von Everlasting, oder besser gesagt von Redgrass, das ist die Everlasting Redpalette, ich benutze so ein bisschen durcheinander, Ich benutze Chimera Farben, die hat man vielleicht schon mal gesehen, die sind sehr, 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 sehr toll, das sind pure Pigmente, wunderbar zum Umherschieben auf der Miniatur, sehr, sehr geile Farben, machen richtig viel Spaß, im Hintergrund konnte man es vorhin auch sehen, ich habe die komplette Range von Scale 75, sowohl die Model Series, als auch die Fantasy Series, ich nenne sie jetzt einfach mal Model Series, weil bei Weile hier gibt es das auch, und benutzen tue ich sehr, sehr gerne die Artist Range, hier nochmal an der Stelle eingeblendet, ach, so richtig eingeblendet, so richtig mit Stil und sowas, einer meiner liebsten weiß, immer noch von Schminke, die zeige ich auch mal schnell ins Bild, ich versuche weiß, so gut wie es geht, zu vermeiden, außer jetzt bei der Miniatur, weil ich da diesen kleinen Chalki-Effekt haben möchte, ansonsten diese weiß, die ist super, und dann war es das auch schon mit Equipment, was ich so benutze zum Bahnen, ich habe echt nicht viel, also zumindestens was, was ich wirklich benutze, davon habe ich nicht viel, so, Daten schon zwei Einwohner, genau, ich bin Schett, ja, Model, sag mal, wie geht es dir, was hast du heute gegessen, hast du gut gegessen, hast du richtig reingehauen, ich hoffe doch, so, ich schaue mal nochmal, wo setzen wir als nächstes an, bei mir gab es jetzt gerade Tortellini, wir haben in der Arbeit schon gegessen, ist ganz, ganz schlimm, da oben ein bisschen grün drin, wo will ich als nächstes arbeiten, ich denke mal, ich arbeite mit am Gesicht, denn das könnte mit am besten wirken, wenn jetzt bald mal das Gesicht rauskommt, würde ich mal sagen, das halte ich jetzt mal so, vielleicht sieht man es dann, eher wunderbar, und dann arbeite ich langsam mal im Gesicht voran, die Augen bleiben schwarz in dem Fall, weil es ist ein Dämon und, er hat für mich nicht wirklich Pupillen und alles, er soll ein bisschen leer sein im Gesicht, was ich machen kann, ist ihm einen kleinen weißen Punkt, in die linke Ecke vom Auge zu werfen, damit es ausschaut, als würde es glänzen, allerdings bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich diesen kleinen weißen Punkt richtig setzen kann, weil die Augen doch dann ziemlich klein sind, die sind so klein, wie auf normalen kleinen Minis, schauen wir mal, ach, setze auf, meine Magnifier Google, so, schauen wir doch mal, ich hoffe, ihr könnt was sehen, nicht schreibt es in die Kommentare, jetzt habe ich schon wieder Hunger, so, da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen heller gehen, ich habe dort unten praktisch am Mund ein bisschen Magenta eingesetzt, und werde das jetzt aufhellen mit einer Gelb, halt, mit einer Arctic Blue, die hat einen gewissen Weißanteil drin, dann möchte ich das hellste Highlight unten schon mal ansetzen am Mund, das ist das Problem, wenn man dunkle Unterfarbe hat, dann braucht man relativ viele Layer, um das Ganze gut zu machen, ich möchte nicht so viel Weiß benutzen, deswegen machen wir eine Layer-Konsistenz, um das Ganze ein bisschen zu brechen, ja, und der hat einen schlechten Tag gehabt, der hat einen richtig schlechten Tag, da guckt euch den mal an, der hat ja nichts zu essen, garantiere ich euch, zwar einen dicken Bamst, aber nichts zu essen, oder eine Milchbad, irgendwas schlechtes zu essen, ich möchte mich heute mal ein bisschen mit Stippling beschäftigen, aus dem ganz einfachen Grund, wir haben hier so kleine Flächen im Prinzip, die ich mit so schönen, smoothen Blends gar nicht machen möchte, deswegen stippeln wir uns heute mal so ein bisschen nach vorne, und gucken mal, was dann das Gesamtbild später macht, immer alle Zeit der Welt, um das herauszufinden, so, wieder ein bisschen Base-Farbe, wieder damit rein, die Schatten, die Schatten, das tippelt mich so ein bisschen lang, so, man sieht es ja zumindest noch, so, möchte ich die gleiche Konsistenz an Farbe benutzen, um die Augen ein bisschen hervorzuheben, genau am besten mit einer ganz großen, dicken Linie, alles nicht so schlimm, ein bisschen Wasser, dann ist gut, aber ich glaube, der Pinsel ist zu groß für die Sache mit dem, nämlich doch einen anderen, ähm, wie wär's mit, ich glaube, der Dreier sollte reichen, eine schöne Spitze, und ist, sehr, sehr wohl tun, so, ich werde eine Ice Blue verwenden, plus eine Blau, und nur ein bisschen, Augen schön voneinander trennen kann, und nur ein bisschen, aber erst das Gesicht, Musik So, ich schiebe jetzt praktisch immer die Pigmente dorthin, wo ich sie haben möchte. Ich gehe gerade zum Beispiel zum Gesichtrad lenken, damit es ein bisschen mehr Ausdruck bekommt, damit das Auge auf jeden Fall ein bisschen mehr rauskommt. Er ist eigentlich da, hat wer was zu sagen? Musik Model lurkt, okay. Der Uwe schaut zu. Grüß dich Uwe. So. Im richtigen Auge machen wir dasselbe, bloß wieder mit Magenta im Spiel. Wir wollen das auf jeden Fall ein bisschen härter gepusht haben. Dazu ist uns jedes Mittel recht. Musik Jujan, grüß dich. Jujan, heute ist Donnerstag, heute streamen. Das Internet geht wieder so ein bisschen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit ohne Internet rumrennen, hm? Ja, man sieht, jetzt schaut so ein bisschen besser schon aus das Gesicht in der Allgemeinkonstellation. Ja, aber ich muss da noch ein bisschen arbeiten an dem Teil. Jujan, du kannst gerne reinkommen, wenn du magst. Mit Special Guest. Ein Stündchen oder so. Ich weiß ja, dass du dann selber streamst. Du bist willkommen. Kann auch nicht, aber gleich, okay. Dann esse ich vielleicht noch eine Tortellini. Ha! Zeit mir, ich habe Hunger. Im Donnerstag Stream habe ich meistens Hunger. Wehe, du fällst jetzt um. Mal aufs Gesicht fokussiert. Ah! Okay, Tortellini. Mal machen. Hm. Hm. So, was ich auf jeden Fall rausarbeiten möchte. Jetzt einzelne Kanten. Ich will das alles ein bisschen mehr, weiß nicht, highlighten auf jeden Fall. dabei weiß zu vermeiden sagte er ich denke mal auf der rechten gesichtshilfe von uns aus gesehen kann ich auf jeden fall auch noch mal bearbeiten ein bisschen mehr magenta und im ice yellow warum spaltet sich jetzt da bin ich frage das nicht was ich er kann doch gar nicht durch ich schaue wieder dass ich die pigmente in die richtige richtung schieb ich dadurch eine kleine kante erzeuge auch wenn es rund ist ja es ist das gesicht auf jeden fall lesen zumindest im oberen bereich die schwarzen augen kommen gut raus in dem fall wie gesagt ich will auch gar keine pupillen in dem fall machen ich glaube das wird das gesamtbild der figur stören in diesem fall das ist so eine bauch entscheidung vom bauch habe ich genug also der kann ja nicht falsch liegen liebe geht übrigens durch den magen ich finde was stört ist hier noch ein bisschen gelbanteil das werde ich jetzt mal reduzieren mit einer magenta und ein bisschen das ist nicht wirklich ist es nicht wirklich ist es nicht wirklich ist es ist eine arktik blue ja lassen wir das mal so stehen was ist denn los mit dieser binsel warum ist schlechte qualität du hast manchmal so einen montagspinsel hier 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 jetzt hier jetzt arbeite ich mal mit uhren weiß meine höchsten highlights im gesicht vor allen Dingen hier am Mund aus damit das gut rüber kommt Nicht allzu viel, weil sonst wird es beschissen. So ungefähr. So, pures Weiß. Ganz frisch aus dem Keller. Hätten wir so, wie es da ist. Die Pagumente haben sich ein bisschen. Sieht nicht so, wie ich das will. Okay. Also, wieder ein bisschen Weiß. Ich nutze die hellsten Punkte auf jeden Fall hier raus zu arbeiten. Am besten mit einem Spitzenpinsel. Wenn der mich jetzt gerade nicht mag, dann hole ich mir gleich einen anderen. So, ich möchte auf jeden Fall die Lesbarkeit hier ein bisschen hinlenken, sodass man sieht, hey, das sind harte Kanten. Hör doch da irgendwas im Hintergrund. Guten Abend. Ja, jetzt, jetzt. Kurze von den Angestetten auf jeden Fall. Christian, dein Intro ist legendär. Guten Abend. Knack, 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 genau. Da war wieder der Stuhl, da hat er wieder zugeschlagen. Na, alles, alles easy im Brandeasy. Quasi, kann man sagen. Alles im Bunet auf dem Kudet. Jawohl. Noch eine Tortillini für mich. Hm. Ja, ne, ja. Ach, Restverwertung, da wie gerade? Hm, hm. Ich wirklich bin nicht dazu gekommen, was nach der Arbeit zu essen. Ah, deshalb. Ja, ich habe mich ein bisschen hingelegt. Oh, ne, das kann man auch machen, auf jeden Fall an der Stelle. Ja. Mach ich das auch dann auch mittlerweile gerne, tatsächlich. So, jetzt setzen wir mal die gute Brille ab. Wenn wir ein besseres Allgemeinbild haben. Cool. Oh, ich sehe mir gerade ein bisschen tiefer an den Day One. Der macht mittlerweile echt was her. Ich hoffe doch, ne? Durchaus, ja. Ich merke es auch schön. Was ich gerade so sehen, und zwar gerade so in der Innenseite von ihm. Das Rote. Geht da. Schöner Kontrastbeben. Äh, auch, also, sieht es am Bein, am Unterarm oder so aus den Erstellern. Genau, eher warm gehalten an der Stelle. Zu dem Außen, quasi, der berühmte Schlagschatten, ne? Ja. Ja, ich hoffe, da kommt jetzt noch richtig gutes Diorama von meiner Seite aus. Ansonsten bin ich mir selbst beleidigt. Ja, das kann man da durchaus sein. Auf jeden Fall ein bisschen selbst enttäuscht. Wenn nichts Gutes von rumkommt. Ja, weil ich muss da auf jeden Fall noch... Ich finde, was mir fehlt, ist gerade, um... noch ein bisschen Lesbarkeit. Wenn ich mal das so anschaue und die Augen wieder zusammenkneife und... Ich glaube, wenn ich das in Schwarz-Weiß angucken würde, habe ich hier vor allen Dingen in dem Bereich, wenn ich es hier auf der Seite angucke, ziemlich großen Bereich, der relativ gleich ausschaut von der Farbe her, also von der Helligkeit her. Ja, von der Tonalität her oder so ist es relativ gleich tatsächlich auch. Die Geschichte, da gebe ich dir recht. Deswegen... Ja. Entweder abdunkeln oder das andere noch extremer reingehen in die Highlights, ne? Ja. Richtung Gesicht zum Beispiel. Ja gut, das höchste Highlight ist halt hier auf dem Rücken. Rücken und hier oben der Kopf. Und da ist das höchste Highlight, da ist... Heller geht's nicht, das ist da tatsächlich teilweise pures Weiß. Okay. Das heißt, ich muss ins Dunkle rein. Ja. Ja, geht nicht anders. Dann nehme ich meinen großen Pinsel wieder, Leute. Jetzt kommt der große Pinsel zum Einsatz. Ich kann mich aus mit dem großen Pinsel. Den großen Pinsel. Quasi. Sehr gut. Ich muss noch kurz aufstehen. Ich habe noch altes, praktisches Wasser in meinem Pub. Einmal. Lecker. Trinken. Sofort. Du musst bleibst da sitzen und trinkst. Frühstück der Champions, so wie war das? Oder in dem Fall Abendmahlzeit, ne? Jet, was meint ihr? Christian, trinken oder nicht? Also, sein Wasser trinken oder nicht? Boah. Boah. Komm, das ist jetzt eine Chat-Entscheidung. Es sind drei Zuschauer dabei, das heißt, das ist relativ schnell entschieden. Kommt. Echt, ich brauche von den drei Zuschauern bloß zwei Stimmen, Leute. Dann muss er es trinken. Christian, ich glaube, du hast Glück gehabt. Hat niemand geschrieben. Oh, jetzt. Christian, deswegen sage ich, von den drei müssen zwei schreiben. Ah, verdammt. Ich wusste, dass du einer der Zuschauer bist. Wie so heißt es. Ja, ja. Ja, sehr gut. Danke, ich habe wechseln. Alles klar, mach das. Bis gleich. Bis gleich. Was ist noch los heute mit den Pinseln? Ist ganz komisch. Mag ich nicht. So, jetzt machen wir auf jeden Fall eine schöne Glace-Consistency. Quah. Englische Wörter im deutschen Sprachgebrauch. Wuhu. Ha, ha. Verpünter. So. Machen wir Glace. So, schau mal, ob das eine schöne Glace-Consistency... Oh, das ist eine wunderschöne Glace-Consistency. Und dann glazen wir da mal ganz süß rein. Ein bisschen Pigmente schubsen. Ha. Nein, da müsste ich es ja auch trinken. Heiz zu mal. He, he, he. So. Ja, das wirkt doch schon mal wesentlich besser. Auch wenn es bloß ein Glazing-Layer ist. Ja. Christian kennt sich aus mit Glazes. Er kommt gleich wieder. Kann dazu ein Liedchen singen, Leute. Und nein, ich stimme jetzt nicht ab, ob Christian singen muss oder nicht. Das will keiner. Normalerweise nicht. So, wieder da. Bitte frische Wasser. Ja, weh, weh. Ich habe mich gerade dazu entschieden, dich nicht singen zu lassen, okay? Äh, sehr zuvorkommend. Danke. Wurde der Zuschauer. Stimmt allerdings. Beziehungsweise, ähm, zum Bruder. Das ist ja ein Fenster an der Umgebung. Das können wir ja am Samstag machen, wenn du bei mir bist. Oben im Studio. Achso, ja, das können wir auch Outspill auf jeden Fall. Das ist initiativ. Was ich mir gerne lernen würde, ist bei Crawling auf jeden Fall. Das sieht fun aus, auf jeden Fall. Das kann ich noch nicht. Ich kann bloß das Inhale. Inhale, okay. Inhale kann ich. Und dieses... Ach so, jetzt gibt es ja zwei Techniken, ne? Gibt es ja A, inhale, exhale. Genau. Und dieses Fry Scream, das kann ich exhale. Also das geht tatsächlich. Aber wie gesagt... Also Fry Scream ist halt dieses Helle, dieses... Das kann ich noch irgendwo, aber... Ah ja, okay, stimmt. Ja, wurde... Also, wo es dann anhört, als ob du danach irgendwie, weißt du, drei Liter Rotz rausgehört, äh, aus der Nase raus... Ja, ja, genau. Aber genau so. Das ist halt noch oldschoolig, ne? Das... Ja, das... Ja, das... Das ist auf jeden Fall eine Schöne. Boah, das geht das nicht auf die andere Finger zurück von Metal halt, ne? Metal. Metal, Leute. Das ist... Das ist nicht der Channel. Okay. Wir müssen uns was Eigenes eingefallen lassen. Einfach das nicht. Ich glaube, bleibt schön cremig ist ein guter Spruch, oder? Das können wir eigentlich aus dem Pinsel-Dojo übernehmen. Also beim Auto dann so... Hey, Leute, immer schön cremig bleiben. Das hört sich auch gar nicht pervers an, oder so, aber ist okay. Nee, gar nicht. Aber geht. Quasi. Schön. So. Was machen wir denn? I think I have it raus with glazing, ja? Würde ich mal sagen. Oh, du glazed wie ein Wettmeister, quasi. Ich hab jetzt sehr, sehr viele Videos vom lieben Trovarion angeschaut. Ja, ja. Da bist du mal Meister gelandet, auf jeden Fall. Er macht das, glaube ich, mit seiner von seinen meistgenutzten Techniken halt gemacht. Ja, er benutzt halt genau die gleiche Technik, was das Value-Sketchen angeht, wie ich. Also andersrum. Jetzt wurscht, ne? Er macht's erstmal grob und dann glazed die Übergänge. Und das finde ich ja geil. Das mag ich ganz, ganz gerne. Ja. Und... Die ist auch sehr wichtige Fähigkeit, dass die drauf hast, auf jeden Fall, ne? Ja, der ist bei mir jetzt auch im Kickstarter, äh, nicht im Kickstarter, äh, im Patreon gelandet, also. Ah, sehr gut. Ja. Da hab ich mir, da kam ich nicht umher, um da mal so reinzugucken. Und ich finde, das hat sich jetzt schon gelohnt. Und sofern das Internet hergegeben hat, ha, 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 hab ich mir da Videos angeguckt. Das war echt nicht mehr schön, Leute. Das war echt nicht mehr schön. Eine ganze Woche nicht mehr streamen und ich will ja dann die Figur auch nicht weitermalen, ne? Ihr müsst ja bedenken, wenn ich nicht die Figur ja vor mir stehen hab und ich kann das nicht filmen, euch nicht zeigen, was ich hier mache, dann bin ich ganz, 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 ganz traurig. Und will ein bisschen mitleiden in mir, bitte eine kleine Armut-Traine. Reicht da auch eine kleine Violine? Rein theoretisch. Okay. Ich glaub, ja gut, damit kann ich schon nicht dienen. Ich hab auch kein Streichinstrument, aber irgendwann kannst du am Samstag eins ausprobieren. Eine Violine? Echt jetzt? Ja. Ja, freilich. Geil, ey. Nicht die kleinste der Welt, aber ich hab eine Violine da. Ja, so besser als nächstes, ne, würde ich sagen. Boah, ich hab genügend, glaub ich da. Du kannst auch eine japanische Shami Zen probieren, wenn du magst. Boah, geil, ey. Ein Couture hab ich noch nicht. Es kommt aber noch irgendwann mal. Dieses irgendwann mal, ich hasse dieses Wort. Ja, du sagst was richtiges auf jeden Fall an der Stelle. Das heißt, das ist dann, weißt du, so à la Werner oder so an der Stelle? Ja, ja, übersetzt heißt das, leck mich am Arsch. Ungefähr nach dem Motto halt, ne? Ja, irgendwann mal ist halt immer so, ja, wirstest du dir wahrscheinlich nie kaufen, wenn du immer irgendwann mal sagst. Ich setze mal gerne ein Datum dahinter. Mhm. Stimmt, das kommt meistens besser auf jeden Fall an der Stelle, da hast du... Ja, du musst auch mal setzen, wenn du das Datum ertheitst, ne? Ja. Ja, ich denk mir halt immer, gut, wenn's halt dann nicht so wichtig ist, dass ich mir sage, da kann ich so ein Datum setzen, ja, dann ist es halt gar nicht so wichtig. Dann, okay. Mhm. Er muss sich damit zurechtkommen. Durchaus korrekte Ansicht auf jeden Fall, Neuersteller. So. Ach ja. Äh, sagst du was richtiges auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Üben mit den Fingerübungen, die man gezeigt hat. Du sollst nicht üben, du sollst Leute beschwören, die den Stream anschauen. Achso. Ohm. Ne, das war, ne, das war klar. Das ist Meditation und das ist wieder was anders. Schaut den Stream an, ihr lernt was. Ich brauche es auf dem Stream, dir keiner schaut, den... Okay, passt keiner schaut. Pater ist noch da. Ich glaube, Julian hängt noch irgendwo rum. Er hat geschrieben, er kommt gleich mal rein. Oh, nice. Aber schauen wir mal. Da bin ich jetzt nicht... Dann sitzt es hotdoggig. Hotdoggig, ja. Oh, das hat mal gestern. Jetzt sind sie mal wieder zum Foodtruck gefahren. Und dieser Foodtruck, der ist gefährlich. Der ist sehr gefährlich für mich. Ja, der ist gefährlich auf jeden Fall. Also meine Gewichtsziele kann ich auf jeden Fall erreichen damit. Ich will ja aufbauen, ich will ja mehr Gewicht haben. Die erreiche ich auf jeden Fall. Das ist bloß die Frage, mit welchem Körperanteil, ne? Das ist die Frage. Ganz schlimm. Ganz schlimm, Christian. Oh. Das kann sich... Jo. Ja. Hi. Hallo. Hallo. Na du? Na? Das ist Begrüßung, ne? Na du ist die beste Begrüßung, die es gibt. Genau. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Das ist ja ganz wichtig. So ein... Genau. Na du? Na du? Geht's dir gut? Keine Antwort auf. Geht's dir gut? Gut. Ähm... Anderes Thema. Oh. Nein, nein, nein. Alles prima. Also ich bin... Man würde sagen, man würde sagen, mein Maltisch ist stabil. Ja, geil. Cool. Es hält sich alles gut. Also... Also wie Christians Stuhl, oder? Also nicht Stuhl im Sinne von Stuhl, sondern wie Christians Stuhl, auf dem er sitzt. Oder wie ein stabiler Tisch oder ein stabiler Stuhl. Es gab doch diesen einen, das ist ein Video, wo gesagt wurde, Kassel ist stabil. Da ging's doch um die Covid-19-Geschichten. Und deswegen ist alles, alles, was jetzt so kommt, ist alles, ist alles stabil. Alles bleibt stabil. Also Stuhl, Junge. Das ist ja nicht gesagt, mein Maltisch ist stabil. Das ist das Einzige, auf was ich zählen kann. Alles andere wissen wir nicht. Alles andere wissen wir nicht. Ja. Ja, geil. Kurze Round-Up hier. Ich hab heute mit großer Begeisterung, vielleicht du auch schon, oder ihr beiden schon, weiß ich nicht, die Massive Voodoo-Challenge-Ergebnisse mir angeguckt. Die hab ich offen auf dem Tab, aber noch nicht angeguckt. Boah, also es ist so unglaublich viel. Ich bin so traurig, dass ich da nicht von vornherein irgendwie gesehen hab, dass das was gab. Und dann teilgenommen habe. Also die Kreativität, die hier drin steckt, in jedem einzelnen Diorama, in fast jedem einzelnen Diorama. Aber ich sag mal, 90% der Dioramen sind so unfassbar kreativ, dass ich das absolut klasse finde. Ich hab sogar zwei absolut medizinische Dioramen gefunden, so richtig medizinische. Eins war mega cool. Diese kleine Mediatur mit dem Astronauten kennt ihr, oder? Ja, klar. Ich hab's ja zu Hause aufstehen. Hast du auch stehen, genau. Und da hat jemand im Querschnitt, ich vermute, einen schönen Holzblock, vielleicht war das ein bisschen Olivenholz, ich weiß es nicht, zumindest so hergefräst, dass es aussieht in einem Halbmondform, wie die Hülle einer Arterie oder einer Vene. Hat dann überall vermutlich, hat dann überall aus, wahrscheinlich mal aus Green Stuff, typische Erythrozyten, also rote Blutkörperchen gemacht. Und eine Verengung, wie einen Plug, der sich bildet, wenn man, weiß ich nicht, einen Herzinfarkt kriegt oder was anderes. Und dieser Astronaut hält mit seiner Laserpistole auf den Plug und versucht, den aufzulösen. Mega cooles Ding. Ich kann, richtig, richtig, also richtig coole Idee. Die zweite Sache, die ich jetzt gerade beim Surfer entdeckt habe, über hinweg, in Corona ist, mit den Kronenformen, wo ein einziger Astronaut auf dem Coronavirus-Planeten steht, in der Blutbahn. Und mit einem Fresslufthammer ein Loch in das Corona-Teil reinhaut. Und ein anderer Astronaut, wo am Erythrozyt steht, mit so einem Achtungsschild, hier nicht rein, nach dem Motto. Sehr cool. Also auch sehr lustig. Geil, ey. Es gibt so auch, es gibt so unfassbar gute Dinger. Oder ein Mauseloch, wo sich der Astronaut im Mauseloch versteckt und durch die Öffnung man nur eine Katzenschnauze, alles modelliert und bemalt sieht. Großartig. Also wirklich großartig. So, jetzt habt ihr meine Begeisterung hier für diese. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich meins noch nicht angefangen habe, aber ich werde meinen Astronauten-Diorama definitiv noch machen. Ja, also ich weiß nicht, ich brauche unbedingt diesen Astronauten. Alter, ich brauche den Astronauten. Also ich habe noch einen da, vielleicht kann ich dir den sogar checken, wenn du magst. Ja, ich will auch noch so ein Astronauten-Dingen machen. Ja, also wenn du nicht die Möglichkeit hast, du sagst, ne, willst du jetzt nicht drei davon kaufen, kannst du nur nicht bei Mr. D-Minis kaufen. War gab es ja nicht mehr zu kaufen, ich hätte ja sonst noch mitgemacht. Ja komm, pass auf, dann schickst du mir nachher deine Adresse, ich schicke dir einen zu per Päckchen. Okay, das wäre natürlich cool, wenn du den natürlich abgeben möchtest, musst du mir sagen, was du dafür bekommst. Ja, natürlich, nein, Quatsch, Schwachsinn, komm, den gebe ich dir so, fertig. Das ist kein Problem. Haben die verschiedene Posen? Du kannst verschiedene Arme, glaube ich, dran machen. Ja, also hier ist auch jemand in einer so sitzenden Pose von einer Schreibmaschine mit so einem riesigen Bücher, also das ist ganz, ganz toll. Oder ein Astronaut, der das Kinderzimmer komplett mit Sternenhimmel gestrichen hat und er ist das Kind in einem Kinderzimmer. Großartig. Oh, da kenne ich noch so eine Idee, ne? Großartige Ideen. Also das Schlimme ist, wenn ich jetzt mir die ganzen Ideen angucke, dann weiß ich gar nicht, was ich für ein Diorama bauen würde. Warte mal, ich will es bloß mal zeigen, dann weißt du ganz genau, was meine Idee war. Ich habe es mal ja aufgemalt. Ja, ich will es gerne mal sehen, ich würde es mal interessieren. Also hier sind ja abgefahrene Sachen drin. Oh, das war tatsächlich... Jo, das war so eine Box mit Seegras. Ach, naja, das Seegras. Ja, ja, das Gute für die Bäume. Ja. Das Gute für Gras. Genau, das Gute für Gras. Äh, ja. Sofort Stream gelöscht. Ich will mal... Kann man das? Das muss ich gar nicht sehen. Ich will es mal hier hinten hinhalten, glaube ich. Und dann halte ich mal den Fokus drauf. Moment. Ja. So. Mein Diorama wäre gewesen. Was? Du siehst ein großes Kinderzimmerfenster. Du siehst es um die Chalosie nicht, aber ich kann mal so ein bisschen runter. Ja. Draußen praktisch siehst du die Galaxie. Ja. Den großen Mond, den Saturnringen. Alles so ein bisschen in dem Farbstil auf jeden Fall. Das war so meine Vorstellung davon. Unten praktisch wie ein Globus, bloß als Halbmond, ähm, praktisch aufgestellt und ein bisschen futuristisch gemacht. Also dieser Halbmond, der sollte ein bisschen kantig sein, auf jeden Fall, ne? Ja, ja. Und da dran hängt eine Laterne und da drunter der Astronaut, der rausblickt in, in die Weite des Weltalls. Und unten siehst du halt Kinderspielzeug unter anderem, ne? Ja. Das, das war meine Intention von, von, von diesem... Captain Mars. Aber die, 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 diese pure Gewaltigkeit dieses Dioramas hat mich auch ein bisschen abgestreckt, was ich da machen möchte. Weil ich hab irgendwann mal die Sachen dazu besorgt und hab gemerkt, hey, Leute, ich muss das alles viel, viel kleiner machen als gedacht, weil, wenn ich das so in dem Maßstab mache, dann, das funktioniert nicht. Da brauch ich ja, da brauch ich ja, äh, äh, nicht bloß ein DIN A4-Blatt oder sowas hinten als Hintergrund, sondern da brauch ich noch viel, viel mehr. Wahrscheinlich DIN A3. Ja, man muss, man muss, man muss quasi erst sozusagen, ich glaub ich, um bei diesen Dioramen nicht auszuufern. Jetzt in diesem Falle, äh, die, die, du hast ja die, die Scale von einem Astronauten, da musst du den, den Backdrop hinten basteln, dann hätte ich wahrscheinlich wohl alles mit Airbrush gesprüht, auch gerade diese wunderschönen Farbverläufe. Planeten kann man ja als runde, äh, Ornamente mit einer Airbrush und Schablone wunderbar sprühen. Ähm, und dann diesen Farbverlauf hinten runter, dann hätte ich das alles eingearbeitet und danach hätte ich jetzt dann angefangen, diese ganzen Elemente zu, von der Größe her zu designen. Aber das ist, das ist eine sehr coole Idee. E-Cremium Astronauten würde von der, von der Ambition her genau reinpassen in das, was hier abgeliefert wurde. Ja, ja, genau. Das ist, das ist, das ist, also ich muss sagen, ich bin, ich bin, ja, erschlagen von, von der Qualität auch der Beiträge, also, egal, überall wo du hinguckst, es ist unglaublich. Auch so eine Kuckucksuhr gebaut. Ja, von seiner Freundin, ne? Das ist ihre erste bemalte Mini ist, übrigens. Hat er reingeschrieben auf Instagram, ich hab's mir angeschaut. Ja. Erste bemalte Mini und dann so eine, was abgeliefert, boah, geil ey. Ein komplettes Diorama, ein Haus quasi, wo du drei Astronauten drin siehst, ähm, die ein Gemälde anschauen, so zwei, zwei davon, ne? Da siehst du die drei Astronauten mit einer Eute dran und außen praktisch wie eine, wie eine Kuckucksuhr, bloß als echtes Haus halt, ne? So, und, weiß nicht, alles, alles irgendwie sehr, sehr stimmig. Man merkt auf jeden Fall Romans, die rauskommen. Also, man merkt definitiv, dass der da mit rumgehandwerkt hat oder zumindestens geholfen hat, das zu verwirklichen, ja? Ich will ja nicht sagen, dass es entschieden ist. Gottes Willen ist es bestimmt nicht, also, für eine erste Mini ist das grandios gemalt. Für eine allererste Mini. Das mag man fast nicht glauben, wenn man das Bild mal anschaut. Das ist brutal. Ich bin, ich bin überwältigt gewesen, weil ich mir gedacht hab, ey, Leute, jetzt kann ich aufhören zu malen, weil wenn jemand nach deiner ersten Miniatur so abliefert, ja, und ich meine mir eine erste Miniatur hinstellt, dann, dann tut mir leid. Seid ihr noch da? Echter Wahnsinn. Ihr seid noch da, wunderbar. Ich hab immer Angst, dass das Internet weg ist, wenn ihr nicht redet. Alles ist berechtigt. Alles okay, zum Glück. Ja, das durchaus. Den Experiences der letzten Tage zufolge, auf jeden Fall. Letzte Woche, ey, das war nicht mehr normal, du. Vodafone hat sich tausendmal entschuldigt, dann hab ich gesagt, das ist jetzt auch mehr oder weniger hinfällig. Das ist schon eine Vergünstigung vom Vertrag, weil das, das geht nicht. Ich kann das Produkt nicht dann nutzen, wenn ich das möchte und das gilt für mich als jedenfalls Einschränkung vom Produkt. Jetzt schaue ich, dass ich da einen neuen Vertrag reinkriege. So, ich muss kurz nochmal, ich bin nochmal kurz ein paar Minuten weg, aber komm nachher wieder mit dazu. Ja, klar. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Wir schweigen und genießen. Äh, teilweise. So, können wir auch gerne reden. Ad Chat. Ad Chat? Ja. Ja. Ja, bei mir ist es so, die letzten Wochen war es so, dass alle Stunde für 20 Minuten das Internet weg war. Was willst du da machen? Du kannst nicht streamen, du kannst dann nicht deinen Stream aufrechterhalten, so wie du es gerne hättest. Und du musst schauen, dass das irgendwie, ja, es funktioniert ja in dem Fall nicht. Du kannst nichts machen. Wenn das Internet weg ist, ist es weg. Modaphon hatte da riesige Störungen anscheinend. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich hoffe, heute ist alles stabil. Ich habe gestern immer noch Probleme gehabt. Und jetzt gucken wir einfach mal. Das wird sich jetzt im Laufe des Abends rausstellen. Ich wollte heute auf jeden Fall den Stream nicht ausfallen lassen. Bei der Donnerstag-Stream ist immer so einer meiner Lieblings-Streams. Es ist immer so schön chillig und man redet über Essen und andere Dinger. Ja. Es macht einfach immer Spaß. Der Donnerstag-Stream ist immer geil. Also nicht, als wenn die anderen keinen Spaß machen würden. Aber das ist halt so immer so ein besonderer Tag irgendwie. Da sind nicht viele Leute da. Und die Leute, die da sind, sind genau die Richtigen und machen den Chat ein bisschen lebendiger. Korrekt, ja. Der ist tatsächlich meistens der Donnerstag. Der Donnerstag. Deswegen vielleicht Donnerstag. Ich mag das ja auch immer, wenn ich ein bisschen erklären kann. Und das passiert auch meistens Dünnerstags. Geil, 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 geil. Ah, da bin ich recht froh, dass ich nichts eingereicht habe gerade. Da weiß ich, okay, da sind echt gute Talente dabei. Ist da wieder mein Ehrgeiz zu sehr angekratzt. Nein, Quatsch. Das ist natürlich eine Challenge, die geht weltweit. Und da ist es cool, wenn Leute was einreichen. Und ich weiß, dass Roman sich jetzt, glaube ich, sehr, sehr schwer tut, das Ganze zu bewerten. Liebe Roman. Der Vorteil von demjenigen, der das Ganze nur anschauen kann. Du musst den Scheiß nicht bewerten. Das ist tatsächlich. Von Vorteil, wie ich finde. Wiederum, wenn du halt tatsächlich auf dem Ende bist, dass du sowas bewerten kannst. Hast du es meistens eh geschafft. Ja gut, ich finde, bewerten gehört schon zum Prozess dazu, etwas zu lernen. Also zu analysieren. Vielleicht bewerten ist das falsche Wort dafür. Aber zu analysieren, was ist dort gemacht worden und wie es dort gemacht wird, das ist auf jeden Fall ein großer Lernprozess, finde ich. Das durchaus. Counterpoint von deiner Bewertung, also von deinem Lernprozess, hängen nicht die emotionale Zustand von Menschen ab. Sagen wir es mal so. Oder dein eigener. Das ist aktuell noch nicht, aber man kann ja auch bewerten, ohne dass es offiziell in so eine Bewertung reinfließt. Mhm. Das definitiv. Aber da glaube ich sowieso, dass das nicht funktioniert. Also dass es da niemanden gibt, der da ohne emotionale Entscheidungen bewertet. Also gerade was das Hobby auch angeht. Das ist ja... Allein wenn es eine coole Miniatur ist, dann wird das schon wesentlich besser bewertet. Korrekt, ja. Wenn du da irgendeine Blu-Figur anmalst und die kann ja Paintjob noch so cool sein. Die Figur wirkt halt einfach nicht, weil dir die Figur nicht gefällt. Also wie gesagt, das habe ich ja selbst schon im Meisterkurs bei mir erlebt. Mit meiner Minas Tirith-Torte da, die ich gemacht habe, mit dem modellierten Gandalf-Kopf und mit den ganzen Äpfeln und sonstig was. Alles so mit Gondor-Bannern und so weiter und so fort. Und dann da einer, hm, das ist jetzt nicht... Richtig, das ist jetzt kein Herntedankfest, ne. Wir hatten kein Thema Herntedankfest. Wir durften machen, was wir wollten, weißt du. Und dann kommt so einer da her, so, hm, mir gefällt jetzt Fantasy nicht. Dieses ganze Herr der Ringe. Diese Fantasie da, die ist mir jetzt so wieder. Ja. Quasi. Das kennst du in der Schiller. Ja, aber das ist... Das durchaus. Damit musst du rechnen. Das sind halt emotionale Entscheidungen und die kommen immer dazu. Das stimmt wohl, gebe ich dir recht. So. So. Blum, blum. Guten Abend. Guten Abend. Liebe Lord, grüße dich. Na, alles klar bei euch. Bis jetzt, ja. Definitiv. Das ist sehr schön. Bei dir war alles super. Ja, soweit. Kann man nicht beschweren. Ja, dann ist ja super. Das war auch wieder typisch deutsch. Na, kann ich dich beschweren. Uff. Zack. Schubsen wir heute mal ein paar Pigmenter ab. Lieber Lord, malst du auch heute? Äh. Ne, grad nicht. Du bist ja wieder im Nicht-Mahl-Zimmer. Richtig. Das ist ein Nicht-Mahl-Zimmer. Ne, ne, beziehungsweise mein PC ist nicht da, wo meine Mahlsachen sind. Ja. Okay, ja, anderes Problem. Ja, manchmal gar nicht so schlecht, ne? Wenige Ablehnung, das stimmt auch wieder. Das kann ich dir auf jeden Fall beim Gitarre-Spielen dann empfehlen, Christian. PC weg, wenn du übst. Ja, das wird dann wahrscheinlich dann eher auf dem Super passieren, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, da bin ich weit weg von irgendwelchen Rechnern oder so. Oder freue ich mich schon auf Samstag. Oh, freue ich mich schon auf Samstag. Du, aber ich auch, ey. Das ist echt krass. Wir sind jetzt echt schön in den Fingern. Hö, hö. Ne, schon da. Wir haben schon eine ganze Zeit, also schon eine ganze Zeit irgendwie, äh, so die ganzen Gearhead-Sachen am Suchten oder so an der Stelle halt, ne? Wo Leute sich, äh, für exorbitante Preise irgendwelche Verstärker kaufen oder so und die mal testen. Das ist schon geil irgendwie. Versteht jetzt auch, was du meinst mit von wegen, ist teuer und so. Ja, ist es auch. Das ist sehr, sehr teuer, das Hobby. Das ist, ich selber hab mir auch noch ein Gerät rausgesucht, was ich mir kaufen möchte, äh, wenn's geht. In den kommenden zwei Jahren, ähm, darauf spare ich hin. Das ist ein XFX3. Ähm, ist halt einfach für mich ein, das ist jetzt nicht miniaturrelevant, ich schieb's auch gleich wieder zur Seite, das Thema. Äh, ist für mich ein Gerät, das muss irgendwie rein. Das kostet auch gar nicht mehr so viel, kostet 2000 Dollar. Aber es sind halt 2000 Dollar. Korrekt, ja. Also, in Sachen Audio-Produktion nix, aber es sind ja trotzdem 2K, ne? Richtig. Was ist das für ein Gerät? Das ist ein, äh... Das ist ein Amp-Simulator. Ah, gotcha. Ja, das... In der DAW oder in der DAW? Ne, ne, ähm... Ach, ein Amp-Simulator. Ja, ich finde... Das ist quasi, wenn man kein Amp kaufen will, dann kauft man sich den Simulator dafür. Nein, kann man nicht so sagen. Ich hab Amps zu Hause stehen und die sind auch toll und gut, bloß ich bin mittlerweile auf dem Zug schon seit längeren aufgestiegen, schon seit mehreren Jahren. Es ist auch ein physisches Gerät. Ähm, bloß das ist ein Prozessor sozusagen, der sehr, sehr gut simulieren kann als eigenständiges Gerät. Das ist natürlich für mich als Audio-Producer sehr, sehr geil. Weil ich kann das Teil einfach am PC anschließen, ohne die Leistung vom PC zu beeinträchtigen, was natürlich Latenz, äh, äh, frisst, wenn ich das am PC mache. Ist klar. Funktioniert. Aber die Qualität von dem Gerät, was ich haben möchte, ist einfach so immens, da kommt aktuell kein anderer Verstärker ran. Also komplette... Es wurden schon mit dem zweiten, äh, mit der zweiten Version dieses Geräts, also das XFX 2, damals wurden so viele Alben aufgenommen, das ist nicht mehr normal. So. Mit dem XFX 3, das kannst du nicht mehr vom normalen Verstärker unterscheiden. Da kann mir jeder sagen, was er will. Wie gesagt, jetzt ist ja jetzt nicht miniaturrelevant. Hm. Hm, nicht wirklich. Es ist halt Musik, ich liebe halt Musik, genauso, dass, ah, das sind zwei wunderwunderbare Hobbys, echt. Ich bin so froh, dass ich diese Hobbys ausführen kann und darf, bin ich so dankbar dafür. Das können viele Leute auf dieser Welt nicht oder wollen viele auf dieser Welt nicht und das ist auch ganz okay, das ist, ich glaube immer, dass da so ein bisschen was verloren geht, wenn da sich nicht jeder mal irgendwo ausprobiert. Also ich finde es cool, dass Christian jetzt dann mal vorbeikommt und das Ganze ausprobiert und testet. Hat was, auf jeden Fall. Sehr, sehr tolles Instrument, die Gitarre. Ich glaube, das ist sowas mit vielseitiger, das ist echt übel auf jeden Fall. Geht natürlich noch vielseitiger, wenn man es sich anschaut, Piano oder so. Kannst du ja tatsächlich alles mitmachen, gefühlt, aber Gitarre bin ich trotzdem irgendwie geiler. Hast halt ein bisschen mehr Feedback gefühlt. Vielseitiger würde ich Piano jetzt nicht nennen. Die beiden Instrumente nehmen sich nicht viel, ganz ehrlich. Okay. Was du auf der Gitarre machen kannst, ist halt auf mehreren Ebenen zu spielen, aber wie gesagt, ich wäre jetzt mal weg vom Musikthema. Das interessiert die Leute. Oder interessiert euch das? Schreibt mal im Chat, ob euch das interessiert. Weil dann rede ich darüber weiter. Ich kann darüber stundenlang diskutieren und philosophieren, weil ich finde, Musik ist ein sehr, sehr geiles Thema. Definitiv, definitiv. Man kann sagen, beim Piano ist es quasi der inhärente Vorteil, dass man sich selber eine Begleitung spielen kann. Relativ einfach. Genau, relativ einfach. Dahingehend wollte ich hingehen, weil kannst du mit einer Gitarre auch. Ja, können schon, aber das ist dann ein ganz anderes Skill-Level wie beim Klavier. Definitiv, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Definitiv. Ich finde halt beide Versionen geil. Ich mag beides sehr, sehr gerne. Gitarre finde ich ein bisschen tiefgehender, weil du auf mehreren Ebenen konstruieren kannst. Du hast bloß eine gewisse Range am Klavier mit deinen Händen und diese Range kannst du quasi auf der Gitarre aufheben. Das ist das Coole. Aber wie gesagt, das ist meine Ansicht der Dinge. Und da will ich auch niemanden irgendwas einreden oder sonstig wie. Das soll niemanden davon abhalten, Klavier zu spielen. Ich liebe Tasteninstrumente. Wenn mich jemand fragt, was ich am liebsten spiele, dann ist das einmal Gitarre und Synthesizer. Synthesizer sind saugeil. Ich liebe diesen analogen Klang. Wirklich könnt ihr mich reinlegen. Und dafür Töne erschaffen kann. Deswegen ja, wie letztens da mit meinen Projekten, die ich habe, die ich mal gepostet habe. Ingeborg gnadenlos. Mellotron. Guten Abend in die Runde. Ach, guten Abend, Kaio. Mellotron? Mellotron? Mellotron. Oder Metronom. Oder vielleicht auch der Metrognom. Ach, das wäre dann wieder miniaturrelevant. Das ist eine sehr gute Überleitung, Christian. Du sagst, du magst analoge Synthesizer. Ja, ich mag analoge Synthesizer. Also da gibt es verschiedene. Ach, das ist... Da gibt es so viele mittlerweile. Oder da gibt es so viele neuartige mittlerweile, die das kombinieren. Das Neue und das Alte. Und das ist das Coole. Ich habe jetzt bloß gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Für den neuesten, den ich mich ja mal umgeschaut habe. Den hat man aktuell bei Andrew Huang. Falls ihr den kennt. Den könnt ihr mal angucken auf YouTube, wenn euch Musik interessiert. Musikproduktion. Der macht da sehr, sehr geile Sachen. Und er ist absolut Synthesizer verrückt. Auch analog. Und kombiniert halt beide Seiten. Er kombiniert das Alte und das Neue. Und macht damit wunderbare Sachen. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Mach ich schon wieder Werbung. Werbung. Bekomme gar nichts dafür. So war es aber auch. So. Du hast da was falsch ausgehandelt. Definitiv. Mit den Sponsoren. Ja, definitiv. Kajo schreibt gerade. Melletron war das legendäre Gerät in der 70er Proc-Rock-Soundmusik. Oh Gott. Proc-Rock. Like Frank Zappa. Frank Zappa. Ja, Frank Zappa. Richtig. Namensvetter von mir. Gaben Kai auch. Der liebe Frank. Frankie. Was der rausgezaubert hat aus den Musikinstrumenten, fände ich auch geil. Also zumindest, was er komponiert hat. Er hat ja selber nicht die Sachen gespielt. Der hat ja teilweise unspielbare Drum-Solos geschrieben. Drum-Solos, wo du drei Wochen als Profi-Musiker brauchtest, ist, dass du das spielen konntest. Das muss man erst mal schaffen, einen Drummer so eine Aufgabe zu geben. Als reiner Komponist. Das ist nicht unspielbar, aber es ist, ich glaube, das war The Black Note oder wie es heißt. Das ist einer seiner Werke. Und die gelten als mit die schwierigsten Stücke im Drummer-Genre. Also, davon bin ich welten entfernt. Ich kann ein bisschen Drums spielen. Das ist jetzt nicht mein Hauptinstrument. Aber sowas, das ist das Irre. Die Zählzeiten dazu sind bloßer brutal. Ich bin eher der Yes-Fan. Yes-Türchchen mag ich auch. Entschuldigung, wie wir mal essen. Bam. Themenwechsel. Parcours. Themenwechsel. Romy. Ich kann kein Romy spielen. Ich auch nicht. Gut, das muss ich geklärt haben. Jetzt nächstes Thema. Dann doch lieber Go. Was für ein Ding? Go. Das ist Schach nur in Asiatisch, also schwer. Ah, okay, gut. Naja, es gibt viel mehr Möglichkeiten beim Go wie beim Schach. Genau. Ja, dann kommt man zum nächsten Thema, was ich nicht gut spielen kann. Das ist Schach. Beim Go gibt es viel weniger unterschiedliche Figuren, dafür viel mehr wirkliche Züge. Ja, das wird uns auch deswegen schon relativ schwierig gemacht, dass man dafür auch eine KI schreiben konnte oder so. Das hat jetzt aber Google vor zwei Jahren geschafft, war es glaube ich. Ich will mehr Lesbarkeit in die Figur reinbringen. Ich will mehr Abwechslung zwischen Kontrasten. Ich muss einfach noch ein bisschen tiefer gehen und mich trauen. Tiefer gehen und aufbauen. Ich darf mich vielleicht diesmal nicht genieren. Ich muss das einfach ausprobieren. Mhm. Ich kann wieder sein. Das ist sogar wunderbar. Okay, ja, dann sind wir wieder beim schlechten Donnerstag-Witzen angekommen. Aber schön, dich wieder zu hören. Ich, wie gesagt, wenn eine Woche das Internet nicht geht, du flippst aus. Das glaube ich. Das glaube ich. Ein Not-A-Film-Rombs. Das war jetzt irgendwie, keine Ahnung. Die letzten paar Male hat ja immer nicht geklappt wegen Fodafone. Ja. Leider nicht. Da wurden die Streams sozusagen Fodafoniert. Ja, aber das ist bei vielen so gewesen, ne? Das war jetzt nicht bloß bei mir, sondern das war ja bei etlichen Leuten so. Nee, die hatten wohl einen generellen Ausfall. Ja. Die hatten eine Großstörung. Haben sie mir auch geschrieben? Eine Großstörung haben. Und ja, kannst halt nicht hier machen. Und du kannst ihnen ja schreiben und es kommt drei Tage später an, weil halt Internet nicht geht, ne? Ah. Mhm. Das war halt die arme Fachkraft, die sich die ganzen Tickets sichtigt, die da kommen. Ich habe ja auch erstmal vollkommen überlastet das. Ja. Definitiv. Nein. Doch. Nein, nicht wegen was anderem. Ich habe gerade mal kurz bei Facebook durchgescrollt. Mhm. Und da steht, hat einer ein Bild gepostet, bitte beachten, zeige Verantwortung. Jetzt im Herbst und Winter besonders wichtig. Alltagsmaske, Nähe vermeiden, App und lüften. Und wenn man das dann mit den Anfangsbuchstaben zusammenzählt, dann ja. Kommt heraus, A-N-A-L. Okay, die Metapher ist gut. Da habe ich mich jetzt gerade eben echt wegschmissen. Vor allem, das scheint was Offizielles zu sein vom Bundesministerium für Gesundheit. Äh, dann echt Google-Förder-Praktikant, ey. Saugeil. Zeige Verantwortung. Schütze dich und andere, passt irgendwie auch. Geil, ey. Er hat mich irgendwie an den, äh, an den einen Track, den einer mal gezwungen hat, da ging es irgendwie um so einen Flugzeugabsturz, ne, in der, äh, bei den USA oder so, in irgendeinem asiatischen, asiatischen Airline oder so. Und dann hat er dann gesagt, wie waren denn die Namen von den Piloten? Holy fuck. Bang, ding, au. Was hast du auch gewesen? We too low, oder so. We too low. Boah. Das war der Praktikant von dem Fernseher, der das gebracht hat, ey. Saugeil, ey. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall mal wegspeichern, dieses Bild. Das muss man merken. So. Bisschen Farbe rein ins Spiel. Das ist Sache. Geil, der Scheiß quasi. Ja, die Videos vom Turvarian, die waren schon einleuchtend. Also, es ist tatsächlich einer, bei dem ich gerne mal so eine Class nehmen würde. Hundertprozentig, ja. Der hat's drauf, der Gute. Der weiß, was er tut und wie er es tut. Er hat zwar keine genaue Erklärung dafür, aber... Er macht's. Er macht's richtig gut. Er macht's auch richtig schnell in dem Sinne. Er macht's gut und schnell. Ja. Er macht's gut und schnell. Aber nicht günstig. Das ist das Problem. Nee, es können ja immer nur zwei Sachen von dreien sein. Ja, stimmt. Gut, günstig, schnell oder wie war das da? Ja, genau. Ähm, Qualität, also Qualität, Preis und Geschwindigkeit. Du kannst immer nur zwei Sachen haben. Entweder ist gut und schnell, dann ist es nicht günstig. Oder es ist günstig und gut, dann ist es nicht schnell. Oder es ist schnell und günstig, dann ist es nicht gut. Das nennt sich das magische Dreieck der Betriebswirtschaft. Oh, Betriebswirtschaft. Da war doch was für eine Stelle. Wenn wieder Erinnerungen an meine BWL-Vorlesung macht. Hm. Vorlesungen in zweieinem Jahre. Hm. Das war auch so eine Sache im Meisterkurs. In drei Monaten, komplett zwei Jahre BWL reingedrückt worden. Und dann bist du einfach bloß mal platt. Hm. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du sollst alles schnell lernen und dann... Ja, ja. Du kannst die Prüfung schreiben, wie war das da? Genau. Richtig, ja. Lernen und Vergessen oder wie war das? Definitiv. Ja, das Prüfung wie Lernen. Ja, das Prüfung wie Bulimie lernen auf jeden Fall war das. Definitiv. Ach, Zuschauer, hey, Leute. Das geht los. Bam. Grüßt euch. Na? Gegrüßet sein Sie. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. So. Ich habe nämlich auch jetzt gerade einen schönen Abend, weil der nämlich langsam immer interessanter wird, der Gute. Arbeite gerade ein bisschen Lesbarkeit ein. Also so, dass die Teile besser definiert werden können. Mhm. Und das wird langsam auch schon. Der Bauchbereich gerade, Christian, wo wir vorhin drüber geredet haben, ist schon besser geworden. Man kann definitiv lesen, hey, da ist ein Bauch und das ist nicht mehr alles so gleich. Richtig. Ja, da merkst du jetzt schön oben beim... Wo es in den Puskop reingeht oder so, dass da eine schöne Vertiefung drin ist. Hat schön Volumen. Mhm. Wie gesagt, ich lerne mit jeder Mini was dazu. Das ist das Geile. Mhm. Mhm. Bisher dachte ich immer bei der Mini, ein schöner Rücken kann entzücken. Jetzt muss man dazu sagen, ein schöner Bauch tut es auch. Ja. Aber der Rücken ist echt geil. Stimmt. Das ist fast, was er hat da vorne. Ja. Ah, ich freue mich so aufs Diorama. Ha. Deine kleine Hölle basteln. Hölle, 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 Hölle. Ja, genau. Ich stelle Wolfgang Petri vor ihm. Richtig. Dann mache ich ihm diesen Wolfgang Petri-Afro. Die typischen. Das schaut bestimmt gut aus. Wenn von euch jemand sculpten kann, bitte her damit. Ich bin immer froh über Sculpts. Also wenn das wirklich jemand schafft, von den Zuschauern, die ich gerade habe, Wolfgang Petri zu sculpten, sendet mir das zu. Ich mache daraus einen ganzen Tag Streamen, wie ich den bemale. Nur für Wolfgang Petri. Am besten in der Hölle, die zugefroren ist. Hör, früßes Oma. Ja. So. Ja, das Licht springt nicht mehr aus deiner Ruhe. Er friert die Hölle zu. Ja, Ruhe ist auch so eine Sache. Christian, wie läuft es mit deinem lieben Ork? Der tut langsam an der Stelle. Der Schädel wird langsam echt schädelig, wenn ich habe. Oh, schädelig. Das ist schön. Ich würde mir jetzt tatsächlich mal überlegen, ob ich nicht eventuell noch so ein, zwei Stellen hingehe und noch sowas verpasst wie Battle Damage und so im Schädel halt. Ja, komm, mach. Trau dich. Bei der Schädel, wie er jetzt schon ist, der hat schon, ja, ne, da habe ich schon mittel was sogar. Ha, geil. Muss ich ja nur akzentuieren und dann sieht es so aus, als ob da irgendwie so schöne Schade drin wäre oder so. Gefiegt eingeschädelt. Das ist doch mindestens hoffentlich. So, der Schädel ist mittlerweile auch gut lesbar. So, machen wir doch mal Ivory. Eckenbein, ne? Eine deiner Lieblingsfarben, oder? Du magst dieses Ivory. Tatsächlich, ja, von einer Stelle, neben dem ein bisschen weniger krassen Ivory, das nennt sich Buff. Ja, Buff. Auch genannt Beige. Also meine absolute Lieblingsfarbe ist und bleibt Dark Sea Blue. Korrekt. Das ist auch die einzige richtige Antwort bei Valejo. Also das ist nur für mich. Ich mag die Farbe auch sehr gerne. Kannst du halt nicht überwenden. Aber sehr oft. Ich wollte gerade sagen, aber fast überall kann man sie verwenden. Gucken wir doch mal, wo wir akzentuieren. Ich weiß. Zack, zack. Wunderbar. Lassen wir doch da mal rein. Jetzt sind da ein paar mehr Cente hinein. sehr schön typische verrückte schweigen das hat jetzt nichts mit dir zu tun gehabt sondern mein paar ich wollte mich einloggen und mein passwort funktioniert hat das irgendwie sehr unvorteilhaft ist ein passwort alles nein nein ich habe ein passwort für diese plattform und irgendwie wird das passwort aber nicht dann bist du nicht hacker man scheinbar so ist ja was gab es mit ihr zu essen tatsächlich mittags haben wir ein bisschen aufgetischt bei uns in der firma gab sushi haben wir uns bestellt das ist einer von den besseren Sushi-Restaurants in Würzburg also wenn ich in Würzburg bin weißt du was wir essen ja sowas zum beispiel ja außer natürlich du hast irgendwas komplett krasses zu empfehlen dann bin ich da auch dabei nichts gegen haschkekse ja total hasch in der das hasch immer was zum asch ja gut wir haben tatsächlich glaube ich mit in Unterfranken das erste den ersten Cannabis-Laden haben wir mittlerweile okay aber natürlich nur CBD-Öl und sowas ne ist klar leider leider wenn du es medizinisch brauchst ne ist ja auch wieder so ne ist halt das ist auch wieder so ein Thema aber das ist okay ja natürlich war nur so ein leichter seitlich auf die doch relativ hohe Strafverfolgung durch die bayerische Polizei Bindung zum Chat wird wieder hergestellt naja geht grad das Internet wieder nicht doch funktioniert ihr könnt mich hören oder ja 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 war wunderbar da hab ich noch gerade wieder Twitch abgekackt gerade ein bisschen ja ja ich guck gerade rüber ob alles passt ob sich da noch was bewegt also ich bewege mich noch die Kamera bewegt sich auch noch sehr schön aber der Vorpunkt ist bei Twitch immer so ne bissle ne Verzögerung ja ne alles gut alles gut ich ach so wenn man denen jetzt die Augen schaut das Gefühl das Bein lenkt sehr ab ja das Bein lenkt sehr ab dann mach ich das Bein ein bisschen dunkler ruhig mal draus dazu nehm ich ein bisschen blau und mach ein bisschen magenta rein ich lege euch jetzt mal was in den Kopf das kriegt ihr nie wieder raus wenn ihr das detört I'm blue if I were green I would die aha mhm sehr schön ja cannot and you know nice danke da 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 ah Kaijo fragt habt ihr Lust mich zu einem zu einem Farbschema zu beraten der hast natürlich die Antwort klar ja natürlich Kaijo erzähl was brauchst du für ein Farbschema Kaijo willst du reinkommen in den in den Discord kannst du gerne machen dann können wir live mit dir reden findest denn das wir werden es gleich hören du bist gerne eingeladen kurz also nicht kurz du bist gerne eingeladen mit in den Discord reinzukommen ah hey hallo hallöchen ha hallo jetzt hören wir dich auch mal sehr schön hallo salut hallo gute Arbeit so leg los Kaijo wir hören dir zu ähm ja was ich mag gerade eine 54mm Mini meine erste größere ähm ist eine Tänzerin ziemlich viel nackte Haut mhm von Kingdom Death Monster falsch die sind nicht in dem Maßstab doch die Collectors Minis sind 54mm ah das wusste ich noch gar nicht nice ne die ist von Kronos Miniatures weiß nicht ob ihr die kennt die machen ein ziemlich cooles Zeug ne die ganzen ähm also die die ganzen Pinups von Kingdom Death sind 54mm also die nicht Spielfiguren aber die Kronos Sachen sind auch echt geil nix der Sache Kaijo am einfachsten hilfst du uns wenn du da von einem Bild reinpostest in unseren Discord ja dann können wir mal drüber gucken und dann sagst du mal was du dir denkst bitte erstmal du sagen was du dir denkst weil wenn wir dir schon irgendwas vorher hinschmeißen dann bringt dir überhaupt nichts genau weil du bist der Künstler du hast die Macht über die Figur ich vergesse mal die Figur doch so ein bisschen den Rotzustand da hab ich nur die Haut gemacht so stehen wir mal auf oh ja die Mini ist sehr schick die Mini ist sehr schick sehr sehr tolle Großminiatur ähm die Mini wird ein Geschenk tatsächlich auch und die Person die die bekommt hat sich gewünscht dass Rot und Grün vorkommt das war so die praktisch meine 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 wie soll ich sagen die Requirements die ich erfüllen muss okay die hat die hat so viel Edelsteine mach ich irgendwo ein paar Saphire und Rubine rein dann kommt Rot und Grün vor oi wir lassen ihn erstmal reden also 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 ich bin mir jetzt schon ziemlich drauf fest dass das Kleid grün wird das hab ich auch schon angefangen weil kann ich mir einfach sehr gut vorstellen jetzt ist die Frage an welcher Stelle bringe ich das Boot unter also das Kleid das hat hier so so Fransen nee wie sagt man da Rüschen ja ich hab das Rüschen ja wir Männer sagen Bommels die Frauen sagen Rüschen genau die Leute mit Geschmack sagen Rüschen ähm weil das ist doch glaube ich eher sowas orientalisches so sieht das aus ich ja wie heißt das dann dann wissen wir noch weniger wie es heißt nee aber ich glaub die benutzen keine Rüschen nee das ist mit bestimmten coolen Kario red weiter achte nicht auf den Wort ja der bringt dich grad nur aus dem Konzept ähm genau ich hab jedenfalls mal versucht die Rot zu machen da hab ich auch schon wild gepustet aber das ist zu krass also das ist der Kontrast irgendwie zu weiß ich nicht was ich auch überlegt hab ob ich ihr rote Haare verpasse so so richtig schöne Red Hat Haare aber irgendwie vom Charakter der Figur schreit die mir jetzt schwarze Haare ich weiß es nicht so das ist im Prinzip so die Gedanken die ich mir bisher gemacht hab ich irgendwo muss ich Rot unterbringen ich weiß noch nicht so richtig wo was du machen kannst ähm dass die ein rötliches Kleid hat ja rotes Kleid und du dann in dem dunklen Haaren dann schon in den grünen Ton mit reingehst dann hast du auf jeden Fall einen coolen Kontrast ne wie jetzt zum Beispiel der liebe Lord auch schon gesagt hat ähm einfach gewisse Ornamente an der Figur auch mal mit grün wie zum Beispiel die Edelsteine oder sowas das ist eine sehr sehr gute Idee was der Lord gemeint hat auch die grün zu machen also ein rotes Kleid ist bei dir ganz sicher nicht verkehrt und ihr bekommt jetzt ja einen schönen hellen Tarn wahrscheinlich noch oder Haut ist ja denke ich mal noch nicht fertig sehe ich ja Base Colors ja die Hautfatte war schon ein bisschen wäre es Base Colors für mich ich sehe es nicht weil es relativ recht reflektiert okay also für mich sieht es gerade auf dem Bild wie Base Colors aus und der Rest ist Reflektion also es kann auch sein dass das ähm dass es tatsächlich gemalt ist erkennt man das die einzige Reflektion ist eigentlich auf dem Bein vorne diese eine Streifen der Rest ist eigentlich gemalt sagen wir es mal anders wie viel Arbeit möchtest du reinstecken naja ich kann da schon noch ordentlich was reinstecken ist halt die Frage ob ich das auch hinbekomme ja sicher komm wir kriegen alles hin das ist das ist keine Frage einfach Mut zeigen das ist ganz wichtig die Mini soll schon was schön besonderes werden ja also also wenn es rein ums Farbschema geht und du konstruktives Feedback haben möchtest würde ich sagen ähm ja das ist zu für mich ist das ein zu starker Kontrast mit dem grün und roten Kleid du kannst versuchen es etwas zu reduzieren dass die beiden Farben wenn du die so lassen möchtest ähm dass du die auf jeden Fall in der Sättigung reduzierst das heißt die stoßen sich dann nicht mehr so ab das Grün ist schon relativ reduziert wenn dann müsstest du das Rot reduzieren ähm und dann kannst du trotzdem noch den Körper so machen wie du möchtest meine also mein Gefühl bei der Figur wie gesagt bin ja jetzt beim beim Feedback ist dass die eher ein rotes Kleid hat also in meinem Kopf hat die ein komplett rotes schönes Kleid und hat die äh wie jetzt der Lord schon sagt wenn du grün unterbringen solltest dann würde ich eher so in den Ornamenten in den kleinen Edelsteinen mal so ein bisschen grün mit unterbringen aber auch nichts zu Extremes dann würde ich zwar schon irgendwie Smaragde machen das gibt einen schönen Kontrast aber keine zu krassen die irgendwie so rausscheinen oder sowas sondern schön dezent weil das Rot das poppt eh schon wie blöde mhm wie jetzt meinst äh Christian möchtest du auch eine Meinung dazu abgeben ein Feedback ja ja sehr schön das ist aber zu krass auf jeden Fall in der Stelle ne bin da tatsächlich so mit Riech gesättigt rot und äh cool rein da hab ich so direkt als erste Assosition Weihnachten und passt irgendwie vom Thema her nicht so bei ihr zumindest mal halt ne nicht poppen ja also ich würde da tatsächlich ich würde es tatsächlich eher so machen äh dass wir so ein bisschen also das Hauptfarbe also Hauptfarbe entscheiden in dem Fall sieht es mir rödlich aus oder so an der Stelle dann kannst du halt mit den Details hingehen und die ein bisschen grünlicher gestalten und teilweise auch mit grün reingehen halt also das mag zum Beispiel halt ne das ist glaube ich ein ganz ganz richtig gut gangbarer Weg bei der es wird dann organischer so Lord jetzt du wir bleiben bei Feedback ja ja ich weiß schon dass wir bei Feedback bleiben ja prinzipiell ja wurde eigentlich alles schon gesagt dass es im Rot zu krass raussticht äh in dem Vergleich zu am Ding ich weiß nicht okay ich meine das so Rot wie ich passt habe ich ja selber schon gemerkt ne das ja das sieht man einfach das ist zu krass also rein gefühlsmäßig hätte ich jetzt gesagt der ihr Kleid geht eher so in Richtung Lila so vom ja das ist wohl das ist wohl ja keine Ahnung also das ist wohl relativ im orientalischen sind wohl lila Kleider relativ weit verbreitet habe ich mal irgendwo gesehen auf Referenzbildern was du machen kannst ist du kannst mal gibt es doch diese mexikanischen Totenfeste und sowas ja guck dir mal da Kleider an ich glaube die kommen sehr sehr gut in das Thema rein vom Farbschema her die sind nämlich auch sehr sehr kontrastreich und extrem du kannst da ein bisschen mit der Haut entgegen wirken indem du die Haut dunkler machst als Beispiel also eher so in diesen mexikanischen dunklen Ton rein ist auch noch die Möglichkeit das Ganze ein bisschen rauszuheben und die Farben wirklich blühen zu lassen dann wirkt das vielleicht wieder ganz anders die Haut sollte tatsächlich auch in so eine Richtung gehen ist wahrscheinlich wieder nicht zu europäisch geworden ich brauche noch Wasser in meiner Nasspalette so jetzt haben die Zuschauer gar nicht gesehen Moment ich habe eine gute ich habe was gefunden weil du meint hast rot und grün was jetzt ich poste mal im Discord das ist ein Concept Art ihr habt gerade mal gesucht so nach dem Motto ah ja was ist da verbreitet so finde ich finde ich es eigentlich ziemlich geil das ist echt nice ja und es wird auch sogar vom Sculpt relativ hinkommen was die da an hat genau das meinte ich vorhin das ist so mein 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 Kopf denken gewesen ich habe ich habe die voll in so einem krass roten gut rot ist meine Lieblingsfarbe Kajo dass deine orange ist weiß ich auch ja orange ist immer wieder komplett vom Thema aber wie gesagt so hatte ich die dann eher so im Kopf einfach genau dieses Konzept was er gerade gepostet hat das war so mein Denken bei der Miniatur na gut dann also ich muss ehrlich sagen die ist halt auch wirklich ziemlich spot on muss man muss man jetzt ehrlicherweise sagen also was auch das Sculpt angeht von der Mini das ist das sieht schon fast aus wie die Vorlage für den Sculpt also ziemlich und das wäre dann mit 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 Lila im Kleid mit roten Haaren aber da hättest du zumindest deine rot-grün-Elemente drin aber wie du dort auch siehst bei dem bei dem Farbschema von der wenn wir jetzt mal rein um die Farben bewegen lieber chat ich weiß ihr könnt das gerade nicht sehen ähm ich kann ja kann ich denn das sichtbar machen vielleicht für die paar Minuten nicht mehr das nächste Mal die nächsten Male teile ich den Bildschirm ich glaube das ist für den Chat auch angenehmer ähm aber für Jakarlo jetzt nochmal du siehst dass das rot relativ rauspoppt schon alleine weil das grün recht entsättigt gehalten ist ne dass die Haut auch noch rauskommt du siehst da schön wie diese Haut ins in so einen dunkelrot braun tar mit reingeht leichtes grün um diesen grünen Ländenschutz wieder zu spiegeln unten an den Beinen und vor allen Dingen Richtung Bauch hin sehr sehr schöne Rottöne mit drin und oben zum Kopf hingehend sehr sehr hell wird warum damit das alles schön rauskommt damit das Rot nicht alles weg frisst im wahrsten Sinne des Wortes was du an Details an der Figur hast das ist zum Beispiel auch eine Sache da so noch ein bisschen non-metallic metal oder sowas oder mit ja ich glaube so eine richtige Goldfarbe wird dir nicht gut tun diese Ketten zu machen dann hast du einen sehr 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 schönen Kontrast dann hast du wirklich gelb grün und rot was halt brutal ist damit damit springt die Figur förmlich dann ins Auge also dass ihr da auf jeden Fall seid experimentieren ein bisschen rum was anderes kann ich dazu gar nicht groß sagen Farbschemen sind definitiv immer was was Bauchsache angeht da hat jeder was anderes irgendwer hat auch mal gesagt was ich hier aus dem Vögel mache ist recht interessant wusste gar nicht vorher wie er ausschaut das war einfach mein Kopf der gesagt hat der hat jetzt so auszuschauen ja ja dieser Vorstellung mal wieder ja ganz ganz wichtig und rot grün ist definitiv eine coole Farbenkombination also du kannst rot und grün auch schon relativ eng zusammenpacken du musst es bloß richtig verpacken müssen nicht aber du kannst es definitiv besser verpacken wenn du jetzt ich mach mal kurz das hier weg ich hol mal zwei Minis raus wo man das sehen kann ich hab auch schon tatsächlich sehr viel mit rot und grün gearbeitet ich nehm jetzt mal drei raus wo man das sehr sehr gut zieht ich nehm mal vier raus Moment pass auf Kajo mein Hollow Knight kennst du ja schon mein Halloween Knight kennst du ja schon ja genau der ist ja auch relativ rot-grün gehalten siehst du ja auch ähm Moment damit es dir äh ich hab mal Kunst ja ja klar ich halt's mal gleich rein dann sieht man ein bisschen was an Content so diesmal auch in bessere Qualität ähm wenn du dir das mal anschaust ich hab das absichtlich eher so in diesem Orangeton in dieses Rot reingezogen damit dieser rot-grünen Kontrast auch gut rauskommt ja und der wirkt da auch nicht zu stechend find ich sondern er wirkt halt auffallend auf jeden Fall er wirkt comichaft aber nicht zu krass jetzt zeig ich dir mal ein Extrembeispiel ja das ist ne Figur die ich vor längerer Zeit mal gemalt habe grün kann sehr sehr gut wirken zu zu rot wenn du sie ins gelb rein ziehst grün und die rot auch ein bisschen ins gelb rein ziehst damit kannst du Farben sehr sehr schön kombinieren sie wirkt rot obwohl es eigentlich nicht viel rot drin ist wo man es auch gut sieht da habe ich es entsättigter gemacht bei dem Skelett hier ja habe ich auch rot und grün benutzt rot für die Schatten grün sehr sehr entsättigt leicht ins gelb reingezogen damit es zum rot harmoniert aber das rot siehst du vielleicht das ist schon so ein bisschen ins lila reingezogen damit das sehr sehr schön entsättigt also da ein bisschen mit der Sättigung arbeiten und du kriegst einen wunderschönen Kontrast hin zwischen rot und grün das ist eine die ich vor circa eineinhalb Jahren gemacht habe ein kleiner Zombie und da sieht man es auch wieder rotes Kleid ins orange reingezogen das war mir damals noch gar nicht so bewusst und die Haut grünlich auch ein bisschen ins gelb reingezogen damit funktionieren und harmonieren die beiden Farben sehr sehr gut zusammen finde ich und das wirkt nicht zu wie der Christian schon sagt weihnachtlich wie zum Beispiel mit dem Direktkontrast rot und grün und du hast ja sehr sehr viel Platz an der Mini die dir zum Arbeiten Raum lässt muss man dazu auch mal sagen ich hoffe das hat dir jetzt irgendwie geholfen oh ja ich bin nur so still weil ich das alles noch verarbeite das ist wichtig verarbeiten ist gut ich verarbeite momentan auch so viel ich gucke mir viele Videos vom Turavian an oder lerne ja auch viel von anderen ich habe mir jetzt überlegt ob ich mir dieses Buch bestelle Light and Shadows dieses berühmte Kunstbuch Handwerk Buch Kunsthandwerk Buch so das ist von dem Typen der Diotropie gemacht hat war das genau oder wie das Ding hieß das kann schon sein aber da bin ich einfach mittlerweile überzeugt davon dass mir das irgendwo weiterhilft ich bin nicht so der Büchermensch sondern ich lerne das tatsächlich lieber aus erster Hand ich glaube da komme ich nicht umrum einfach mal Theorie zu lernen von jemandem der sich da sehr sehr gut auskennt in der Sache und einfach auch mal Beispielbilder sehe so ähnlich wie wir das beim Roman gemacht haben er hat uns ja auch Beispielbilder gezeigt Referenzbilder und uns dann dahingehend ein bisschen hingeführt hat von wegen was jetzt nun Kontrast ist wie du es am besten einsetzen kannst wie Bilder funktionieren wie ja ist eigentlich schon alles gesagt die Hauptfarbe von dem Kleid rot wäre wie würden wir die Bommel machen Bommel naja du kannst ja auch rot machen aber du kannst zum Beispiel ins Orange mit reinziehen nur dann die Bommel und den Rest nicht oder wie nochmal dann nur die Bommel und den Rest vom Kleid dann nicht oder wie genau du kannst die diese Bommels du meinst schon diese Rüschen außen dran genau schön schön dass wir uns einig sind Bommel geeinigt du kannst auch ins Dunkle gehen also ganz ehrlich du kannst auch diese diese Bommel komplett ins Dunkle reinziehen sodass das ein schöner schwarz-rot-Kontrast wird kannst du auch machen kannst du diese quasi ins komplette dunkel-grün reinziehen und dann hast du genau den Kontrast ein bisschen umgekehrt dann wirkt das Grün nicht mehr grün sondern schwärzlich weil das Rot viel viel heller raussticht musst du ja immer gucken welche Farbe ist heller welche ist dunkler kennst du diese speziellen Bilder wo man zwei Vierecke sieht die beide grau sind aber unterschiedlich grau wirken je nachdem welche Farbe außen wo sie rum ist wenn du Finger dazwischen steckst zwischen die beiden Vierecke siehst du dass es die gleiche Farbe ist also dahingehend kannst du dich mal ein bisschen umgucken wie die Farbe denn wirkt wenn du eine andere Farbe daneben packst nimm dir wieder deinen Aquarellblock mal die Farbe drauf die du willst zum Beispiel die Rot und mal mal andere Farben daneben probier mal ein paar Grüntöne aus und dann sag dir dein Gefühl das ist richtig oder nicht weil dein Auge lügt ja nicht das ne das kannst du dahingehend auch okay dann deine Brille ich weiß schon was du meinst ja also du musst schon ein bisschen rumprobieren auf jeden Fall am besten erstmal Trockenübungen machen das ist so einer meiner Tipps die ich immer gerne gebe nimm dir einen Block Papier oder irgendwie sowas in der Art und mach dort mal so eine Übung drauf wo du einfach mal guckst hey Mensch was will ich denn überhaupt erreichen wie könnte dieser Kontrast entstehen kannst du auch deinen Fingernagel nehmen ganz ehrlich das ist auch okay wenn du verschiedene Grüns nebeneinander packt musste ich halt danach oft waschen gut das sollte man eventuell sowieso ab und zu tun hast du ne Ahnung so gerüchteweise habe ich gehört ja nur weil Pandemie ist trotz muss man das nicht klar Galilio sagt was anderes muss man sich so oft waschen Jumbo hat das ausprobiert ja Jumbo beste Exempel dafür Jumbo Schreiner oder JPs die haben tatsächlich mal ein Experiment gemacht irgendwie so zwei Wochen lang nicht duschen boah alter nee doch doch pass auf das witzige daran ist nach irgendwie was war das ich glaube nach sieben oder acht Tagen setzen dann die körpereigenen Bakterien ein und du riechst nicht mehr also du stinkst nicht mehr also die erste Woche stinkst du total also ich glaube so ab dem dritten vierten Tag stinkst du extrem so nach einer Woche oder eineinhalb Wochen setzen dann diese Bakterien ein die im Körper eigentlich vorhanden sind aber wir die jetzt mal weg waschen und dann fängt das ganze an dass du dich selbst reinigst wie es bei den Tieren und so weiter üblich ist dann haben wir einen Versuch gemacht obwohl das schon ein heftiger Versuch ist also der hat dann versucht in WGs irgendwo unterzukommen der ist jedes Mal rausgeschmissen worden weil zu abstinkt Newsclash stinkende Menschen finden keine WGs jetzt bin wieder da ich sehe gerade ihr habt ein interessantes Thema stinkende Menschen finden keine WGs kannst du mal nachdenken wie wir von der Mini dahin gekommen sind ja ist schon ein Stück Genastik auf jeden Fall ja wahrscheinlich finden Zombies ist auch keine WGs doch Zombie WGs halt können sich ja zusammen raufen roten der war tief das tut einfach nur weh irgendwann lässt wieder nach hoffentlich weiß ich noch mal auf die Mini zurück zu kommen da auf jeden Fall dann mal wie gesagt mit dem Farbschema dann ausprobieren du kannst diese Rüschen auf jeden Fall auch andersfarbig machen ist ja nicht schlimm ähm bommelt sorry und whatever richtig du kannst einfach mal ausprobieren auf nimm dir ein Stück Aquarellpapier wie gesagt die orientalischen Rüschen hol dir das drauf ähm probier's aus mal dir ein Strichmännchen meinetwegen drauf oder so die allgemeine Form wie du es da siehst ne das muss ja nicht super gezeichnet sein oder sonst nicht was einfach mal so draufklatschen die grobe Form und dann mal versuchen das auszumalen wie wie als wenn du ein ganz normales 2D-Bild dann kannst du ja sehen so okay passt oder passt nicht zum Beispiel auch ne gute Idee machen kann ja ich hatte mir sogar letztens ein Aquarellblog besorgt jetzt müsste ich nur wissen wo ich den hingetan habe das ist ne gute gute frage ich glaube das habe ich dir schon mal empfohlen ja hast du schon mal deshalb und ich höre ja auf der empfehlung ja sehr schön nice ein Mensch der hört ja ja also es gibt da irgendwo bei AliExpress habe ich gesehen so kleine mini GPS teile die kannst rankleben und dann gibt es eine App fürs Handy und dann ich sehe die technische lösung habe ihn gefunden 40 blatt a5 yay schön genau da auf jeden Fall jetzt mal rumprobieren einfach mal einfach mal Farbe nehmen draufklatschen oder besser gesagt ein bisschen am bleistift zeichne es erstmal vor was du haben möchtest wie die Figur allgemein ausschaut so ein bisschen auch wie gesagt nichts besonderes sein das war ja im Prinzip das was ich mit dem einfach mal die die Bommel rot machen versucht habe dass ich mir es halt mal vorstelle wie es wirklich aussieht einfach mal drauf gemacht ist natürlich ja wahrscheinlich nicht so klug das direkt auf der Figur zu versuchen doch ist ein Lerneffekt jeder Lerneffekt ist super natürlich wenn es um ein Geschenk geht und man braucht bloß mal meinen Karl Dall anzuschauen den ich gemalt habe ja der ist ja wieder heiß im Rennen gerade ist ja gerade verstorben der Gute aber ich habe ja eine Star Wars Figur angemalt die schaut exakt aus wie Karl Dall weil halt der Skyped so ist und ja das ist im Prinzip ja auch mehr oder weniger ein Geschenk das würde es halt auch nicht aushändigen deswegen kann ich dich da schon gut verstehen dass du das gut machen möchtest deswegen vorher rumprobieren auf anderen Miniaturen dann mal eine Technik üben oder je nachdem und dann sich ans eigentliche Projekt dran wagen nie verkehrt ja es gibt halt auch ein gewisses Zeitlimit deshalb konnte ich nicht ewig rumprobieren ok was hast du denn für ein Zeitlimit naja wenn es für jemanden ist was wird es sein irgendein Geburtstag natürlich ähm stimmt aber wie groß ist das Zeitlimit dann ja eigentlich hab ich schon gerissen von daher ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig aber ich kann halt nicht drei Monate dafür brauchen sagen wir es mal so ok ja aber das kriegst ja in also ich sag mal so für so eine Mini sag ich jetzt also ich sag jetzt für so eine große Mini würde ich mir wahrscheinlich zwei Wochen Zeit nehmen also wirklich zwei Wochen nicht an reiner Mahlzeit sondern zwei Wochen an Sessions mindestens ja so viel Zeit habe ich auch eingeplant dafür kann ich sagen ja gut vielleicht mache ich auch mal nebenbei was anderes um mal einfach das hilft ja auch manchmal so ein bisschen zu manchmal 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 hält es aber auch von der eigentlichen Aufgabe ab also ich kann das zum Beispiel nicht währenddessen ein anderes Projekt meinen das funktioniert für mich nicht das ist für mich noch so ein Thema da muss ich sagen ne also ich mal halt eigentlich eine Mini fertig außer sie macht mir keinen Spaß dann bin ich auch mal dazu geneigt sie stehen zu lassen das ist ja das eigentlich am Hobby du willst ja Spaß haben und mir dann eine Miniatur keinen Spaß macht ja dann lass es halt sein ist ja meine Entscheidung dann landet sie auf dem Whipshelf und irgendwann Jahre später kramst dann die Mini wieder raus und denkst so ja warum ist die eigentlich nur halbfertig eigentlich könnte ich die doch fertig machen dann fängst an mal mal eine halbe stunde dran und denkst so ach ja deshalb stand die dame und dann geht so zurück zack ich mach das eigentlich ab und zu mal dass ich so ich hab manchmal zehn Figuren auf dem Tisch in verschiedenen Stadien und je nach Laune picke ich mir dann die ein oder andere raus um weiter zu machen das ist auch gesund ja ist tatsächlich sehr gesund auf jeden Fall das so macht und nicht dann denkt so ach ja ich könnte jetzt an denen weitermachen oder eine ganz neue miniatur anfangen ja ist zum glück der limitierende faktor dann der der schreibtisch platz irgendwann ist halt voll künstlicher artifizierter grenzen oder so wenn ich vom schreibtisch angefangen zurück in den schrank tun würde das würde ich glaube ich auch irgendwann das würde nicht gut gehen so entschuldige musik gerade so ein bisschen oldschool funk funkig ja gerade das cool das das cool cool das ja ich kann jetzt hier im stream einfach mal so ein death metal reinhauen das funktioniert nicht leute meins schon guckt halt keiner ja wahrscheinlich nicht obwohl unsere zuschauerschaft sind schon leute die sich gern so was angucken anhören das habe ich schon gemerkt größtenteils so ja cool carlo dass du damit an uns rangekommen bist und mal gefragt hast ist immer cool meinungen dann zu hören und mal auch mal zu beraten aus unserer sicht wir lernen ja schließlich auch was davon das gesehen unsere meinungen waren ja gar nicht verschieden die waren ja mehr oder weniger alle gleich wir hatten alle so dieses typische bild dieser flamenco tänzerin im kopf mehr oder weniger wobei das wäre ja eigentlich der falsche kulturkreis dann wobei ich hatte eher so eine bauchtänzerin im kopf bei der genau also die ist ja eher so arabisch angehaucht und nicht südamerikanisch wobei flamenco ist ja eher spanisch genau und das hatte ich quasi im kopf gut ich bin kein tänzer also ich habe das immer irgendwie eher so nach südamerika verortet ich bin kein geografiker aber dass sie eher im orient angesiedelt ist das stimmt ihr mir eigentlich zu oder ja klar definitiv also wie gesagt als ich mir das bild zum ersten mal angeguckt habe war mein erstes gedanke bauchtänzerin das war eine richtig schöne mini vor allem für eine flamenco tänzerin ist sie zu offenherzig hier in der nähe so ein club wo halt sowas gespielt wird flamenco und alles mögliche also da sind die frauen schon sehr großzügig ausgezogen sehr schön formuliert nein wir meinen nicht den flamenco club in der harbert straße in hamburg ne also wirklich das ist nicht immer so ein richtiger club sondern eher so eine disse und damit ab und zu ist halt dann so ja abend mit flamenco musik und allem möglich salza und alles ich war halt einmal da und das ist halt doof wenn du als nicht tänzer da stehst und guckst haha weil ich kann nach vorne treten nach hinten das war es dann aber auch schon du kannst bestimmt da jemand umtreten bestimmt das blöde ist dann wenn du aufgefordert wirst hey tanze doch mit das muss einfach nur spaß machen und alle anderen tanzen irgendwas ganz tolles und du so du wackelst so ein bisschen mit deinem hintern so warum bin ich hier das ist sowieso die krasseste story ich hatte damals ein Date genau in diesem shoppen ich habe gesagt okay gehst halt rein und habe zufälligerweise mein bester freund konnte salza tanzen habe zu dem gesagt oh komm bitte mit ich kann kein stückchen salza tanzen im notfall musst musst du mir darin zeigen wie man salza tanzt also ringman spielen halt ne so dieses date war genau am selben abend noch mit ihm zusammen ich wollte sagen das date hat dann wahrscheinlich dein kollege Clark gemacht voll bin ich ihm nicht sauer dafür das hat eine ganze zeitlang an mir genagt ja klar da kannst nix machen wo die die liebe hinfällt ne damals halt du konntest halt keinen salza tanzen ich konnte keinen salza tanzen ich habe es danach aber so ein bisschen gelernt also die grundschritte konnte ich dann systemen wieder ja ja na christian willst du auch noch tanzen lernen zufällig nicht danke da habe ich kein bedarf irgendwann ist die hirnkapazität ja auch ausgeschöpft ne das durchaus bei christian nicht was der sich manchmal merken kann das ist bloß noch irre das sagt irgendwie jeder der mich trefft ich glaube mittlerweile langsam als es sogar war du hast echt ohne Mist also das ist jedes mal wieder Wahnsinn wer redet über irgendein thema wo man denkt so ja da hat er keine ahnung davon lässt es lieber bleiben und du redest halt einfach mit ja das ist so und so und so und so so okay gut du weißt mehr als ich ich hör auf erklär mich auf ich ich tatsächlich bei themen wo ich absolut die klappe halt auf jeden fall ja weißt du ich bin gerne in meiner nichts box in der nichts box was ist die nichts box das unterscheidet männer von frauen ganz ganz stark pass auf ähm frauen denken ja also alle menschen denken in boxen ne wir machen irgendeine box auf gucken da rein und reden darüber ist ja so ein psychologisches modell ne ich denke in boxen wir männer sowieso wir männer machen eine box auf gucken da rein reden über das thema machen die box wieder zu ok die frauen machen gerne mal mehrere boxen auf und verbinden halt viele sachen miteinander das hat bestimmt schon mal jemand mitgekriegt ne verbinden halt die blume mit dann kommen sie ohne punkt und kommen mal zum anderen thema und dann noch wieder über was ganz anderes zu reden liebe frauen sollen nicht abwertend sein definitiv nicht aber ich bin der meinung dass das genauso funktioniert wie gesagt wissenschaftlich ja auch bewiesen und wir männer wir reden dann über ein thema und können uns nicht auf ein zweites konzentrieren das ist einfach so aber bei männern ist noch was ganz spezifisches wir männer haben eine sogenannte nichts box wir männer sind damit gesegnet diese box aufzumachen an nichts zu denken und in die gegend rein zu starren und wir denken an nichts das können frauen nicht deswegen verstehe also es ist auch ganz ganz erstaunlich gewesen als ich meiner freundin gesagt habe du ich habe gerade nichts gedacht habe ich ihr das psychologische modell gezeigt und habe ihr bewiesen ich habe gerade an nichts gedacht bei frauen interpretieren dann ja wieder verbindungen rein warum schaut er jetzt so mag der mich vielleicht nicht mehr oder sonstig was gibt es ja viele viele meinungen dazu da gibt es ja auch gibt es ja auch ganz viele memes darüber wo dann das berühmte bild er liegt im bett und sieht die frau daneben und denkt so genau er denkt bestimmt jetzt an eine andere und dann sieht man so bei ihm die schraube hinten im motor die hätte ich noch lockern müssen ja ja richtig genau das meine ich also wir haben eine nichts box wir können tatsächlich an nichts denken was für die eine ein segen ist ist für die anderen ein fluch für mich ist teilweise mal ein fluch weil ich schalte in gewissen gesprächen die mich absolut überfordern schalte ich ab und denke an nichts das sieht man mir auch an dann siehst du so einen richtigen leeren gesichtsausdruck so cool das ist wie gestern war ein Kollege da der hat mir mit dem Ofen geholfen hat mir was über Elektrik erklärt und ich Leute ich bin so absolut was Elektrik angeht bin ich raus du bist elektrisch das ist Elektrik hat mit mir nicht viel am Hut das ist das sind zwei komplett gegensätzliche Komponenten so und dann fängt er an zu erklären warum die es ist echt lieb von ihm gewesen wirklich er fängt halt an zu erklären warum die Platine jetzt so nicht funktioniert wie das soll und ich schalte halt einfach in die nichtsbox ich hab nicht mal mehr zugehört nicht mal absichtlich ich hab die box aufgemacht und denke mir so ja ja hier fühle ich mich jetzt gerade wohl und schaue ihn richtig so befasst mit sabberndem Gesicht an wo ich mich stundenlang über Sauerteig unterhalten kann ja wenn ich die verschiedenen Mikrokulturen ganz geil finde und alles mögliche da passiert genau das Gegenteil und zwar mit ihm deswegen ist das ja ganz cool dass wir Männer da so abschalten können für uns wie findet ihr eigentlich jetzt dass ich solche Adern am Arm gemalt hab die existieren da eigentlich nicht echt nö cool mein Handel bewegt sich von selber ich glaub die Geister sind wieder aktiv ich hab meine Arme hier bestimmt man sieht nicht dass sie nicht das nicht gedacht ist dass sie da sind das ist ja immer schon mal ein gutes Zeichen ja ich glaub ich hab ein Revenant bei mir da kommt wieder Phasmophobia durch ja ich hab wieder Lust eine Runde zu zocken am Samstag glaub ich zocke ich wieder eine Runde oder morgen je nachdem abends wenn aus dem Chat noch jemand Lust auf eine Runde Phasmophobia hat bitte Bescheid sagen ich spiel gerne mal eine Runde Wochenende ist halt der liebe Lord hat das auch schon mal ausprobiert ne das ist ganz nett lustig ne Kajo voll konzentriert der hat jetzt der hat jetzt Blut geleckt ne ich bin hier schon am Malen ja der hat jetzt Blut geleckt du stüpfst ja auch Kajo oder es ist angedacht ich mach's nicht regelmäßig im Moment dann gibt's trotzdem einen kleinen Shoutout du darfst es mal posten und Shoutout machen ich glaub jetzt war das nochmal ausprobiert für Zeichen es mach ich das doch gerne also wenn ich mal online bin dann findet ihr mich dort Shoutout auf jeden Fall bei wenig vorbei mal rein sagt mal Hallo ich hab grad noch was gesehen die wahre dunkle Materie die den Kosmos zusammenhält Kaffee ja das war das Richtige auf jeden Fall als Teetrinker kann ich dieses Meme nicht nachvollziehen danke ich bin auch Teetrinker ich trink beides und jetzt ah geil ich mag tatsächlich ich mag tatsächlich keinen warmen Kaffee ich weiß nicht warum warmer Kaffee find ich doof kalter Kaffee schmeckt keine Ahnung ich find ich trink warmen Kaffee ich trink kalten Kaffee mit Eis und ich trink Tee warm und kalt dann bist du ein Mutitalent gut das wird sein ich würde tatsächlich mal noch den grünen Tee vom lokalen Viananism ausprobieren das muss ich mal morgen angehen ich muss ich muss ehrlich gestehen meistens also entweder trinke ich Kaffee oder bei oder in harten Fällen trinke ich Matcha oh gute Wahl gute Wahl aber das ist immer so nervig den Zutscher bereiten im Geschäft das dauert so lang und den Kaffee kriege ich aus der Maschine aber Christian dann trinkt man am Samstag mal einen guten Kutomirodi ne dann habe ich guten Tee daheim einen guten Tee ne ja ja also der kostet tatsächlich nicht so viel wie Drogen wahrscheinlich ähm Drogen der kostet 40 Gramm an die 60 Euro naja das ist so einer richtig ähm sehr sehr guter Tee da trinkt man mal in der Tasse mhm sehr gut dann machen wir das mal also der teuerste den ich bisher gesehen habe das waren 50 Gramm für 200 Euro ja ist halt ein Sicha oder sowas ne ne Tencha ist das vom von Nordhagen vom Fujiyama oder so irgendwas ja 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 erste Qualität bla 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 extra beschattet handgepflückt ausgesagt weiß ich was und der kostet richtig viel Asche hat geflochten quasi genau langsam kriegt der Schädel da äh vorn nice also heute habe ich viel geschafft an meinem Vögel ich sehe auf jeden Fall Veränderungen auf jeden Fall ein bisschen wow was war das jetzt Leute entschuldigung irgendwas passiert da gerade im Hintergrund wer ist das oder das Mikro stoppt ist das dein ein Mikro meins nö klammert nö meine externe Soundkarte hat gerade gemeint sie muss Spuchten machen ok auch zufällig mit so einem Lichtbogen oder so hast du das irgendwie daran gehört ne 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 die Tesla Spule ist nicht in Betrieb na die ist auch noch so geil jetzt hat er auch ein bisschen farbliche Variationen drin jetzt ist er hier oben eher ins lila blau unten dann eher ins magenta rot muss ich das bloß noch auf der Seite hier schön durchziehen da unten geht er ins gelb rein du könnten do it if you really want richtig let's let's roll it now do it now do it now so ist tatsächlich sehr sehr interessantes Projekt also ich lerne hier echt viel gerade das ist doch super sagen das ist die Hauptsache ja vor allem diese Erkenntnis vom Travarian ich kann es jetzt bloß nochmal wiederholen dieses mit den Pigmenten rumschieben ist da musste ich mir wieder in den Kopf reinwerfen ne ich schiebe die Pigmente eigentlich bloß rum und das ist so wieder heute ja ich schiebe die jetzt einfach mal wieder das hilft mir sehr sehr gut beim Blazen und beim Übergänge schaffen ja ist es dann auf kontrollierte Art und Weise aber mehr ist es ja nicht aber da merkt man wieder er ist nicht Warhammer relevant das heißt er kommt wieder weniger gut auf Instagram an lol was meins warhammer relevant der ist wieder nicht warhammer relevant deswegen kommt er wieder weniger gut auf Instagram an ja dann gut die alte warhammer Diktatur ja definitiv ah schön ich merke das bei mir auch ich mache gerade Batman Modelle zuletzt die haben ein Drittel so viele Likes wie irgendein 0815 Standard Infanterist von 40k wo total kacke bemalt ist das tut schon das das ist irgendwie schade ja der Vögel letztens hat auch bloß 20 Likes gemacht auf Instagram und wenn ich aber jetzt zum Beispiel den kleinen Squeak reingehauen habe der hat ja fast 1000 Likes ne so ich meine der Squeak ist cool finde ich toll der ist richtig schön der poppt richtig schön und alles mögliche und der ist halt jetzt recht entsättigt ich denke mal das kommt dann mit dem Diorama noch dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr Interesse auf jeden Fall kommt dann von den Leuten die das Ganze beobachten haben wir mal ja oder auch nicht muss man sehen oder auch nicht ja hast du mir recht Instagram ist so eine ganz komische Sache ganz komische Klickern an Leuten ne ne ich hab da schon Sachen gesehen wo ich mir dachte hab boah und das soll so und so viel das sieht aus wie der letzte Scheiß das hat ja was weiß ich wie viel und dann sieht man richtig geile Sachen und das interessiert kaum irgendjemand wenn du halt nicht die Vernetzung hast dass die Leute das auch vorgesetzt bekommen was du kannst du noch so toll malen tun würde das trotzdem nix ne ja Social Media Scheiß äh Fetterwirtschaft sag ich oder das mit dem Worten vom Haus muss der Willen zu sagen die Minimaler haben Minimum ruiniert Scheiß Minimaler ne die Schotten haben Schottland ruiniert genau der hat Scots Runds Gond Geil hey Grüße gehen raus Grüße gehen raus der war ja auch schon ein paar Mal jetzt im Stream mit dabei der liebe äh so ja ja ganz am Anfang finished Android Type 1 so glam Karjo jetzt hab ich dich schon mal an der Strippe wie lange bist du denn eigentlich schon dabei beim Malen puh also die ersten Minis hab ich glaube ich so fünf sechs Jahren gekauft aber ich hab dann auch lange jetzt das nicht besonders intensiv betrieben das Hobby die flagen halt im Schrank rum hab ab und zu mal was rausgenommen auch mal was bemalt ja so dass ich es jetzt so 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 sag ich mal wirklich als Hauptphobby mache und das auch so sage das ist mein Ding so vielleicht jetzt drei Jahre ja cool ja und was 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 hat dich dazu getrieben sagen wir es mal so was war dein Beweggrund dafür dass du gesagt hast jetzt machst du das Haupt Hobby mäßig was war da so dein Beweggrund naja hat einfach mal mehr Spaß gemacht ne das hat halt von ganz alleine organisch immer mehr Zeit halt eingenommen in meinem Alltag sage ich mal so ne vorher hast du halt so wenn du mal ein Wochenende Zeit hattest sagen wir mal zehn Stunden im Videogame gezockt und zwei Stunden gemalt und irgendwann nur zwei Stunden zocken und zehn Stunden malen das passiert so von ganz alleine irgendwie wenn man halt Spaß daran hat ja definitiv aber du malst auch recht alles oder du malst jetzt nicht bloß Warhammer sondern du machst halt gerne mal alles wie ich jetzt gesehen hab genau also ich sammle jede Menge Systeme wo ich auch nicht die Hoffnung hab dass ich die mal spielen werde weil sie einfach zu obskur sind wo ich halt denke ja da findest du hier im Dorf keiner das auch spielt aber egal die Minis geil was für obskure Systeme hast du denn so ja zum Beispiel Batman es hat so geile Minis aber das spielt kein Mensch doch ich hab auch Batman Minis du hast Batman Minis wie oft hast du es gespielt bis jetzt zweimal okay das ist vor mehr als ich aber schon Respekt dann ja was noch gib mir mehr obskures Dropfleet Commander habe ich auch richtig geile Raumschiffe habe ich auch noch kein einziges Mal gespielt wobei die Regeln habe ich mal angeguckt habe ich bei Batman spiele ich seit also spiele sammle ich seit drei Editionen ich habe noch von keiner Edition auch nur die Regeln angeguckt ja die Regeln sind eigentlich echt cool wobei also ich habe die zweite Edition gespielt und die fand ich echt gut die dritte soll sehr anders sein habe ich mir sagen lassen die dritte kenne ich jetzt nicht aber wie weil wie gesagt ich habe sie nicht gelesen ich hänge halt nur in den Batman Discos genau Dropfleet ist halt soll auch sehr cool sein von den Regeln liest sich auch total geil aber habe ich auch noch nie gespielt Dropzone habe ich tatsächlich schon gespielt das habe ich allerdings selber nicht wenn mir das zu viel zählisch war zum anmalen ich habe es oftmal beliebäugelt aber noch nichts davon gekauft ich meine das ist ja 15 Millimeter Maßstab ist das nicht eigentlich einfacher zu bemalen da machst du zwei schwirme drei brush und hast so mini fertig keine ahnung ich glaube wenn man es kommt auf deinen anspruch drauf an natürlich ja infinity ist das was ich am meisten noch spielen kann das habe ich auch so ein paar mal gespielt infiniti habe ich jetzt im letzten jahr zwei stück gespielt ja also da gibt es auch eine kleine community in deutschland so klein ist die jetzt nett würde ich jetzt behauptet die infinity community naja im vergleich zu 40k ja im vergleich zu 40k ist alles klein genau aber ich behaupte das ist noch einer der größeren mini communities außer also nicht gew ja genau das finde ich also ich denke das ist so bestimmt einer der top 5 was es so gibt von nightmodel gab es mal ein marmel spiel das habe ich auch gesammelt da hatte ich nightmodels noch nicht so also das marmel spiel die haben leider die marmel lizenz nicht mehr genau jetzt ist die bei den fantasy flight footsis die haben die spiel gemacht marmel crisis protokoll habe ich auch start set geholt ich habe es gesehen ich fand die minis echt geil aber dann habe ich die preise gesehen habe gedacht ihr könnt mich fannst die minis echt geil ich fand die richtig mies auf den bildern ich habe die minis selber nie in der hand gehabt also die von der qualität her von minis finde selbst auf den bildern weil das problem ist jetzt nicht die qualität sondern die sculpt ja du hast halt gerade ich meine mein lieblingssystem ist halt batman also da kannst du wirklich direkt eins zu eins vergleichen wie setzen die das thema um wie setzen die andere das thema um die sind halt die sind so dynamisch die erzählen eigentlich immer eine Geschichte schon mit allein mit der mit der Figur wie sie steht welche Mimik sie hat die sind halt echt geil muss man wirklich sagen die night model sachen da steht einfach nur ein Typ im Kostüm auf einem random fleck erde rum ja ok das ist natürlich blöd was das sein soll ja das ist schade dann das ist echt schade ja ähm mehr obskure Systeme bitte ich hab das war jetzt das war jetzt alles noch relativ relativ mainstream findest du ja gut ähm was ich jetzt vor kurzem angefangen habe wo ich noch nichts von bemalt habe wo ich aber großen bock drauf habe ist Wild West Exodus oh ja das ist das ist ein sehr geiles Spiel das macht auch richtig Laune das macht richtig das macht richtig Laune das Spiel das hat so ein bisschen was von Malifaux da kenne ich nur die Figuren von Bildern habe ich noch nicht gespielt soll aber ganz cool sein das ist volles Pfund aufs Maul Wild West Exodus Ich meinte Malifaux achso ja Wild West Exodus macht echt Laune und ja wie du sagst das geht schon gut ab vor allem einfach also nach einer halben Partie sag ich mal haben wir das flüssig gespielt und trotzdem hat noch Tiefe dass es nicht stumpfes abwürfeln ist ich weiß es geht halt also ich finde es geht voll ab das Wild West Exodus aber da gibt es auch sehr wenige Spieler in Deutschland finde ich ich hatte halt das einfach einem Kumpel mit dem die 40k spiele einfach aufgeschwätzt so wir zocken das jetzt ist doch gut ja welche spielstube Wild West Exodus Outlaws die größte Abwechslung an Minis ich spiel die Watcher okay diese Alien Fraktion ich hab sehr schwer getan deine Fraktion auszusuchen weil wenn du da durch die ganzen Minis durch die Teams scrollst findest du in jedem Team zwei der Minis die geil aussehen also für den Chat und für alle anderen die jetzt noch nichts von Wild West Exodus gehört haben falls du schon mal den Film Cowboys versus Aliens gesehen habt ungefähr in die Richtung geht es mit noch einer Priebse Steampunk mit dazu rein prinzipiell ist es Cowboys versus Aliens mit Steampunk Elementen und ein bisschen Victorian Horror du hast halt so bekannte Persönlichkeiten aus der Wild West Ära Jesse James und Abraham Lincoln hast du nicht gesehen aber dann halt als Cyborg mit irgendwelchen Lasergewehren die mechanischen Pferde sind geil oder diese Hunde die du als Outlaw mitnehmen kannst genau Mecherhunde Mecherhunde mit einer fetten Gatling Gun hinten auf dem Rücken das Beste von Palt in einem saugeil genau es gibt ja auch noch so ein Schwestersystem Wild World Exodus das ist dasselbe spielt nur woanders wir haben rausgebracht Teddy Roosevelt der auf einem Raptor reitet das ist auch geil was es zur ersten Version von Wild West Exodus ich weiß noch ob es im zweiten auch noch drin ist das war ein gepanzerter Zug ich glaube im zweiten ist es nur noch ein Geländestück aber im ersten war das eine richtige Miniatur die man übers Feld Riesen und was weiß ich was alles das ist schon krass das ist cool ich habe nur gesehen also Panzer habe ich keine ich habe nur gesehen die sind sauteuer also diese Panzer und Resin die es da gibt da kostet einer auch 60 70 Euro oder so das wollte ich erst mal nicht und was ich gesehen habe auf das Spiel letztes Jahr da hat einer Spieltisch gemacht der ist der komplett auf so einem Ozean nicht Ozean auf so einem Flussdampfer auf so einem Dampf Flussdampfer von Südstaaten spielt mit Casino Deck innen drin wo die Spieltische rumstehen und lauter Zeugs wo du das also das ist quasi wirklich dieser Dampfer und noch ein klein bisschen Bock und das Spieltisch spielt auf diesem Dampfer auf drei Ebenen wo du dann durch diesen Dampfer dich durchkämpfen kannst kann ich mir gut vorstellen dass das sogar gut funktioniert bei den Regeln das ist echt der Hammer genau irgendwann für demnächst habe ich geplant Freebooters Fate neu anzufangen mit einer Truppe Freebooters Fate geiles Spiel das ist mein also nach Infinity das Spiel das ich am meisten spiele kurz mal eine Unterbrechung ich will mal hier Werbung mit eigener Sache machen macht und zwar habt ihr gerade auf dem Bildschirm einen lustigen Banner das neue Format seid gespannt am nächsten Donnerstag um 18.30 Uhr stream ich ganz normal bis um 21.30 Uhr nicht bis 21.30 Uhr bis 20.30 Uhr und danach bin ich mit dem lieben MacHotDoc in einem neuen Format seid auf jeden Fall gespannt schaltet ein das ganze läuft auf meinem Kanal der gute MacHotDoc bekommt da auch was davon indem ich euch dann einfach rüber schicke zu ihm das heißt diejenigen die zuschauen die es interessiert auf jeden Fall schaut auf jeden Fall rein es wird sehr sehr interessant es wird sehr witzig auf jeden Fall und das war es auch schon mit der kleinen Werbung an meiner Seite weil ich mache ab und zu jetzt mal ein bisschen Werbung dafür das ganze startet nächsten Donnerstag ich bin gespannt wer alles zuschauen wird und was da für Meinung geben wird gut das wäre es auch schon wieder das neue Format das neue Format ja ich hab ja jetzt in grün rosa lila ja geil ne ich bin noch nicht so der krasse Typ in Sachen erstellen was 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 angeht alles gut das sieht schon schön aus wenn man wüsste was es ist ja wenn man wüsste was es ist schaltet einfach mal ein guckt einfach mal rein was es ist denn wie gesagt der liebe MacHotDoc und ich haben uns da was ausgedacht und wir sind beide begeistert und das klingt doch schon mal gut ein bisschen heiß wenn ihr begeistert seid dann müssen wir auch gucken auf jeden Fall das wird lustig der MacHotDoc wird dann im GMPC-Server auch noch mal ein bisschen Werbung dazu machen ich hoffe er vergisst es nicht aber ich glaube der ist sehr sehr zuverlässig ja ja ich denke schon sollte jetzt also kein ach ja alles gut so sorry dass ich euch unterbrochen habe das musste sein ich habe ich habe versprochen dass ich es reinbringe mit dem Stream dient ja auch für sich als unser unser Generde es macht nichts es interessiert ja auch Leute dieses Generde weißt du Content auch wenn jetzt ich nicht mit solchen Subsystemen mitreden kann definitiv nicht ich spiele ja auch nicht mir geht es ja nur so wie dir Kai ich spiele nichts ich habe hier Zombieside alle möglichen Versionen zu Hause ich habe er spielt nichts er spielt keiner wer hätte schon Bock mal eine ganze Kampagne durchzuspielen so ist es nicht es spielt keiner und somit habe ich mich auf Sammeln beschränkt ich habe auch mal Lust auf eine Runde Massive Darkness ich weiß bloß ich habe noch nie eine Runde gespielt muss ich immer dazu sagen wobei ich muss sagen ich fand Massive Darkness zu einfach das ist ja ganz okay mich reizt einfach bloß das Rollenspiel als Brettspiel das soll die neue Version besser werden die jetzt kommt Massive Darkness 2 genau das habe ich kickstartet kickstartet quasi das war mein erster Kickstarter so mit mehr oder weniger den ich unterstützt habe an Brettspielen mir gedacht habe die haben so geile Minis da sind Necromancer dabei gut habt ihr mich eh schon Skeletons sind leider nicht mehr drin dafür halt geile Minis also das sind wirklich richtig richtig schöne hochwertige Minis die sie da gezeigt haben da bin ich mich interessiert ja auch dieses Darkest Dungeon als als Spiel selber weil ich mag das als Computerspiel schon ne und als Brettspiel könnte es auch nochmal geil werden und gerade auch weil ähm sehr sehr schöne Minis dabei sind der 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 die Beispielbemalung für das Darkest Dungeon Brettspiel macht der ist auch der Maler von den Batman Sachen er ist echt saugut Joe Starvinci genau Rosse ja Rosse genau da bin ich ungewollt Top Fan geworden weil ich einfach so viel von dem like und so oft Kommentare drunter schreibe weil ich halt den den seinen Stil cool finde also er arbeitet ja ganz ganz eng mit dem ähm Angel Girardes zusammen mhm und hat aber nochmal so einen eigenen Stil mit unter man merkt dass die beiden so in dieselbe Richtung malen mhm aber ich finde den den Rosse der der malt halt nochmal einen Ticken geiler ich weiß nicht das gefällt mir persönlich vom Bauchgefühl besser ja also ich weiß nur dass ich bei Batman ohne die zu sehen einfach ein Abo abschließen könnte dass sie mir jede Figur einfach zuschickt und das ist zum Großteil sicher wegen seinen Beispielbemalungen auch das kann ich mir gut vorstellen ich kann es mir auch sehr gut vorstellen ähm ach ja übrigens weil wir es gerade vorhin von Freebooters Fate hatten ähm lieber Necro da wäre für dich bestimmt auch die Fraktion des Kultes sehr cool da gibt es nämlich auch so eine Art Totenbeschwörer cool ja der beschwört keine Zom also der beschwört keine keine Skelette sondern ähm das lehnt sich quasi so ein bisschen an das südamerikanische Voodoo an und der hat sogenannte Sesammes die er kontrolliert so eine Art Zombies für mich muss das muss das Gesamtbild des Necromancers passen also es gibt viele Skulls da draußen die mir überhaupt nicht gefallen an Necromancern äh warte mal kurz du kannst das ja gerne mal posten ich habe hier einige Necromancer da die mir sehr sehr gut gefallen und ich habe auch einen da der mir überhaupt nicht gefällt weiß ich immer noch nicht warum ich den gekauft habe das das kenne ich ja den den werde ich auch nie bemalen glaube ich das wird so oder es wird ein Testmodell für irgendeine Technik das kann ich mir auch ganz gut vorstellen das soll ja auch unzuforkommen das Wohls brauchen man nimmt sich als Base Gestaltung von Diorama irgendwo als Leiche in der Ecke aber zerhexet oder so wie jetzt den der seinen Meister erschlagen hat oder sowas weißt du der Fergal der seinen Meister erschlagen das wäre auch eine coole Idee wenn du ihn so weggehen siehst so von vor seinem Meister und du siehst den Tod in der Ecke das erzählt eigentlich auch eine coole Geschichte das ist eine Diorama Idee Leute ja cool aber dann kommt als nächstes erstmal die Dämonette haha die Dämonette ich habe auf dem Discord mal ein Bild gepostet von diesen von diesen von der Kultmannschaft über Lord du hast es falsch ausgesprochen das ist die Dämonette ja ja die mit Molly und mit dem Schwarzer Pock und so genau die Dämonette auch vom Rave Yard also Weg zum Rave Yard ich bin schon so gucken wir uns noch mal dieses Zock an und diese oh der Mensch mit dem Piratenhut rücken vorne der gibt mir relativ gute Let's Chuck oder mhm oh schau hinter dich ein dreiköpfiger Affe hinter euch ein dreiköpfiger Affe was und in irgendeinem Spiel haben sie es tatsächlich mal so gemacht mhm da war es tatsächlich ein dreiköpfiger Affe ich mein zwar im zweiten oder im dritten ich weiß es nicht mehr in welchem das ist genau war ich schau auch gleich ich fände jetzt drei von denen cool vorne der Pirat in ihr meint diese Lady mit dem Messer neben ihm und der mit der Puppe ist auch genial mit der Marionette der ist auch ziemlich stark die anderen werden jetzt nicht so mal die 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 so ein bisschen buckelig daherkommen das sind die Sesam ist die die Zombies hab ich mir schon gedacht die die haben die haben es nicht mehr so ganz auf dem Kasten gut wenn es so karibisch an Voodoo angelehnt ist oder so dann sind es ja auch eigentlich gehirrtote Menschen von daher so mal geschrieben oh mein Kotok muss heute sein Stream wahrscheinlich ausfallen lassen ich persönlich spiel ja imperiale armada die sind so ein bisschen an die spanier angelehnt ich werde wahrscheinlich die seltener anfangen aber ist noch nicht fest welche das ich auch sehr cool finde ist die Bruderschaft und die Piraten die Bruderschaft das ist so eine Assassinen Gilde quasi ja da hat irgendwie jeder schleichen und was weiß ich was alles und vergiftete Messer und schießt mich tot halt ja die deko meint die reißen mich nicht wirklich also Piraten ist so gar nicht meint zu mathematisch Piraten 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 also das mach ich nicht so gern ja deshalb finden doch Seeräuber den Weg net ja weil sie Piraten auf dem Witz soll es ja ausspielen was macht ein Pirat am Computer er drückt die Enter Taste oh 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 der Piraten ist erpört ja ja mhm der Rat der Ninjas nicht äh Kaio das 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 ist Normalität bei uns mittlerweile aber das weißt ja aus den Streams alles gut irgendwelche Flachwitze fallen mal am Abend irgendwelche alle alle so Wachwitermin mäßig wie viele Wachwitze macht ja alle ja definitiv wir lassen keine aus wer meint was macht denn richtig definitiv äh gute konsequenz heißt auch heutzwege jetzt in so gehen ne sag ich ähm es gibt auch noch eine andere die sind jetzt ganz neu die nennen sich die Schatten und wer hätt's gedacht Schatten da tauschte ich auch mal den Link dazu da sind auch ein paar ziemlich coole Miniaturen gibt's die wieder im Shop letzte Woche war der in dem Bereich leer als ich mal geguckt habe oh der Goblin der vom Hall gefressen wird ist ja lustig what what okay jetzt muss ich mal gucken da wäre wahrscheinlich auch eher was dabei für ein Ding was er als Toten Beschwörer anerkennen könnte musst du dir das Bild mal direkt in Discord dann musst du es nicht raussuchen die sind auch cool geworden die Adern hier auf die Schulterader gefällt mir nicht so ganz da kommt das Highlight noch nicht so raus das ist der Kontrast noch zu gering das sieht eher nach so Toten Beschwörer aus oder ich hab noch nicht geschaut ich hab jetzt mich um die Ader konzentriert Konzentration ja jetzt alle Leute zur Ader ich will ja schließlich auch Content bieten dann Worten Tanz Äffchen Tanz ne auch nicht meins auf Twitch braucht man kein Content da muss man einfach nur im Stream Bananen essen oder Morgenmäntel tragen rote Haare haben und rote Haare haben danke richtig 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 und Meme definitiv schon Meme Morgenmantel auch noch oder ja den hab ich schon erwähnt ok da hab ich nicht aufgepasst ja ähm was wollte ich sagen keine Ahnung es ist nicht ah genau über Totenbeschwörer ich hab so tatsächlich so ein richtiges schönes Bild im Kopf von einem Totenbeschwörer der hat für mich ein ganz gewisses Aussehen also für mich hat ein Totenbeschwörer immer das Merkmal dass er so ein bisschen schlachsig ist sagen wir es mal so ne dass er ähm eine gewisse übermächtige Pose zeigt für mich ist das zum Beispiel das ist einer der Totenbeschwörer die ich gerne mag ich halte ihn mal rein in die Kamera ja so hat für mich einen Totenbeschwörer auszusehen also jetzt natürlich ohne starb gerade und ohne die zweite Hand aber ja so stell ich mir in meinem Kopf einen Totenbeschwörer vor nicht irgendwie total irgendwie übertrieben sondern der wirkt halt dezent aber dennoch geile Pose weil der ist halt mächtig er weiß was er tut oder auch nicht ja für mich ist so ein Totenbeschwörer schon schon so so eine Art Übermensch in Sachen Fantasy finde die sehr sehr krass also gerade auch Storys zu Totenbeschwörern sind sehr sehr geil es gibt auch welche die wissen nicht was sie tun kann sonst auch gehen ja da habe ich tatsächlich noch nichts gelesen hat der irgendwie Löcher in der in der in der Brust oder sind das sind das Residenlöcher also und oh ähm wie war das äh kommt das auch in den in den äh wie heißen die Scheibenwelt Chroniken Totenbeschwörer vor welche Löcher in der Brust meinst du ich ich meine da gab es so ich meine ich meine Kario welche Löcher in der Brust meinst du ich weiß nicht ob das durch die weil es ein bisschen unscharf ist so aussah aber da sieht scharf wie sieht so hätte er so Löcher neben seinem Sixpack das sind halt sehr sehr abgemagert ne der Kerl sehr sehr ausgeprägt der gesundheit danke von von wem ist die Figur äh wow äh Korvus Korax Moment hier hängt noch die gehört aber die sieht gut aus also auch von der Qualität her jaja total die hab ich mir auf ach nee Quatsch Korvus Korax war eine andere das war noch mal ein anderer Totenbeschwörer Moment der gefällt mir auch sehr sehr gut scheiße von welcher Miniatur weiß ich gar nicht von welcher kann sein dass der von Mears Managers war weiß ich nicht genau sie haben sehr sehr gute Resin Qualität was angeht Moment der von Korvus Korax das ist ach muss ich erstmal rauskriegen hier aus der Tüte wie haben die den da reingekriegt oh schwach shish kebab verliebt gewalt Resin ist ein bisschen verlieblich äh da kann er sich selbst beschwören keine größere Tüte nehmen das würde die Potitionskosten unermessliche steigen der gefällt mir auch richtig gut mhm der hat was ja da freue ich mich auch schon den zu bemalen er kriegt ein richtig geiles Diorama da habe ich mir schon was überlegt ähm wieso komme ich zu Totenbeschwörern ich habe damals als Diablo 2 Spieler eigentlich ausschließlich Totenbeschwörer gespielt und das ist für mich die Vorstellung von Totenbeschwörer so hat der auszusehen so ungefähr umso näher das hinkommt desto schöner ist es ich weiß es gibt eine Diablo 2 Figur von dem Totenbeschwörer die gibt es aber die findest du nirgendwo zum kaufen that's the problem wenn dann ist die Schweine teuer mhm das muss ich mal doch der der Totenbeschwörer war von Mears Managers der da also sehr sehr gute Resinqualität muss man tatsächlich mal anmerken äh auch wenn sie sehr sehr teuer sind die Mears Managers das ist echt geile Qualität Qualität kostet halt definitiv und die Details sind halt beeindruckend bei der Miniatur sie sind absolut beeindruckend ich hab grad verstanden die Details die hier vorne hier ach hier immer mal die gute Brille weg so la schauen wir nochmal weiter weg die Ader gut rauskommt ne immer noch nicht so ganz so geil die muss noch ein bisschen dunkel die Ader gut rauskommt die Ader gut rauskommt so pushen wir noch ein bisschen Ader hinein Ja mich hü Hü Ja, doch. Kann man für heute mal so stehen lassen. Hm, die Aussage. Ja. Das heißt, ich fange langsam mal an, den Pinsel auszuwaschen. Ich chatte noch ein bisschen. Und dann ist gut für heute. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es schon wieder zu spät. Ist es wirklich schon so spät? Hm, ja. Ja, muss man hier richtig stellen. Keine falschen Informationen hier. Naja, Fake News. Ja, Fake News. Ja, aber gut. Fake News. Hier wird nur faktisch geredet, oder wie war das? So. Oder auch faktisch und ethisch. Man weiß es nicht. Hm. Eine Showcase wird langsam etwas voll. Tja. Entweder musst du dann welche aus-showcasen, oder du brauchst ein größeres Showcase. Ich denke mal, ich werde ein größeres Showcase besorgen. Also da brauchen wir gar nichts zu diskutieren. Ich stand da auch nie zur Debatte, die Diskussion. Showcase. Das ist cool. Da sind jetzt die ganzen Minis drin von einem Jahr bemalen. Nicht schlecht. Das ist geil. Das ist ein cooles Gefühl. Wie gesagt, ich bemalhe erst zwei Jahre. Und ja, seit einem Jahr exzessiv und wirklich mit Ordnung und mit, ja, mit Feedback und allem. Das leppert sich schon halt, ne? Das, ja, das ist halt einfach eine geile Lernkurve, ganz ehrlich. Das ist eine richtig coole Lernkurve. Dann werden wir den mal abmachen. Blup. Ah. Zack, und weg. Ist das das gute Orange-Stuff? Ach, weiß nicht. Also, so schön dieser Redgrass-Handle ist, irgendwann mal, ist dieses, ist diese Knete da drauf, ne? Dieses Putti, einfach nur noch durch. Das ist einfach bloß noch dreckig. Mhm. Keine Ahnung, ich hab den, ich hab diesen Radcore-Handle. Da sind Korken drin. Ja. Aber beeinträchtigt das die Wirkung davon eigentlich nicht, oder? Solange er noch klebt? Ne, das beeinträchtigt nicht die Wirkung. Definitiv nicht. Könnte nur ein bisschen eklig sein. Sag ich mal an die Zuschauer, die noch da sind, schon mal eine schöne gute Nacht. Wie gesagt, jetzt kommt bloß noch ein bisschen chatten. Könnte ein bisschen mitschatten. Da sind eh schon ein paar abgesprungen. Dann guck mal PM. Ja, mach ich ja. Ich muss heute in Ruhe malen und das Tür mich abtrinken. Okay. Ja. Du, du kannst auch kurz noch reinkommen im Discord. Ich werde nicht mehr allzu lange wach bleiben, aber wir können gerne mal drüber quatschen, Julian. Definitiv. Ja. Außer du sagst, mir wird es sonst irgendwann mal zu spät. Ich muss morgen ja um vier wieder raus. That's the problem. Die guten Blood Angels. Oh, da bin ich jetzt gespannt, Julian. Da bin ich echt gespannt, was du draus machst, weil du hast dieses Rot, was du da gemacht hast, das poppt so raus aus deinem dunklen Schreibtisch. Das ist halt schon lecker auf jeden Fall. Durchaus. Wie gesagt, Mekotog ist auch gerade drin im Chat. Schaut mal bei ihm vorbei. Ich glaube aber, da ist keiner mehr dabei außer uns. Kajo ist da. Kredox ist da, ja. Lord ist da. Und Mekotog ist da. Das heißt, wir vier, also. Werbung erledigt. Christian, wenn du Mekotog noch nicht abonniert hast, äh, besser gesagt, noch nicht gefollowt hast, einfach mal followen, bitte. Gerade wegen dem Format. Stimmt, ja. Ich glaube, die sind gerade alle zum guten Story rübergewechselt. Das kann sein. Das kann ganz gut möglich sein. Das ist ja auch okay, wenn sie zu anderen rüberwechseln. Die auch hosten können. Und ich wüsste, wie es geht. Ha! Ne, Quatsch. Ich weiß jetzt mittlerweile, wie es geht. Der gute Mekotog meint, du sollst mal deine PMs gucken. Jo, den habe ich gerade schon geantwortet im Stream. Den habe ich ja gerade schon gesagt. Er kann mit in Discord reinkommen und mal einen Moment mitreden, weil, wie gesagt, ich werde nicht mehr allzu lange wach bleiben. Dann schließe ich ja morgen früh raus. Das heißt, ich schreibe mir jetzt noch schnell die restlichen Tortellini rein. Und ich mache noch ein paar Fotos von meiner Mini. Dann ist auch gut. Das wird tatsächlich nicht mehr zu lange werden. Ja. Streamer hier auf der Stelle. Hab dich wieder gefreut, ein Stream mit euch abhalten zu dürfen. Kajo, sehr, sehr vielen lieben Dank an dich, dass du dabei warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke euch für die Tipps zu meiner Mini. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Wenn du noch irgendwas brauchst oder sonst was, ich kann ja auch mal im Stream bei dir vorbeischneien. Können wir das gerne machen. Schreib mich an. An alle anderen habt einen wunderschönen Abend gehabt durchwohl. Wir sehen und hören uns wieder am Sonntag, sofern das Internet mitmacht. Weil Wochenendes war es meistens besonders schlimm. Aber ich hoffe einfach mal, dass alles gut ist. Drückt mir die Daumen. Ansonsten die Worte gehen an den lieben Lord, den Kajo und den Christian. Einmal zum Verabschieden. Schönen Abend noch alle miteinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal an derselben Stelle. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Ihr lieben Lebenden.